Ke Passer, Leute! Herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer weiteren Folge ROIDZONE. Hier aus Berlin, aus unserem Studio, mit dem einzigartigen Jan Saffe. Was geht ab? Viele Plagiate laufen rum, aber das Original ist heute wieder hier. Du solltest vielleicht auch, finde ich, wie manche Leute das so prägnant machen, findest du nicht, es wäre wichtig, dass hinter deinem Namen einfach Jan Saffe official steht? Ja, wir haben das ja bei unserem Teamprofil, also Team Jan Official haben wir ja einmal. Gab es da auch viele Probleme mit Nachahmern und Plagiatern? Nein, der Channel hat ja nur 2000 Follower oder so, das ist ja nur unser Coaching Channel. Aber nein, also ich wurde im Restaurant aber vor einiger Zeit mit John Cena verwechselt und da habe ich gesagt, ich sehe, finde ich gar nicht so aus, aber vielleicht nur wegen der Muskulatur oder so. John Cena. Ich finde es jetzt nicht, dass ich so aussehe wie John Cena. Deswegen lieber Official. Ja. Weil John Cena beitet dich ja. Aber ich würde mich mit dem jetzt auch nicht vergleichen. Gibt schlimmere Vergleiche in Formen. Das stimmt. Insofern ist das schön, dass wir hier wieder zusammenkommen. Ihr habt gemerkt, wir hatten eine kleine Pause, wenn man so möchte. Das war nicht beabsichtigt. Wir hatten mit der Technik ein paar Probleme. Deswegen mussten wir wohl oder übel eine Folge komplett verschlucken. Und die andere haben wir euch trotzdem auf Jans Channel zur Verfügung gestellt, weil es da wirklich so war, dass die Themen etwas zeitloser waren als bei der anderen. Und schon bei der Folge wurde sich ja dann etwas beschwert, dass die Themen auch nicht mehr top aktuell sind. Deswegen, das habe ich zu dir gesagt. Die Leute sagen zwar, sie wollen die Folge sehen. Sie wollen sie aber nicht sehen. Naja, es war ja schon viel Positives auch drunter. Ich meine, der Hauptteil der Community hat sich ja über die Folge gefreut. Die wurde ja auch gut geklickt. Problem war nur, weil da haben mir natürlich jetzt einige drunter geschrieben, informiert ihr euch gar nicht, bevor ihr den Podcast macht. Diese Informationen, die danach gekommen sind, die hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Wir haben das Ding vor acht Wochen gedreht. Da war gerade erst das erste Bild von BroZapOnline, wie er vor diesem alten Tesla-Gebäude steht. Und da war noch nicht mal hundertprozentig klar, ob er überhaupt das Gym macht. Das war ja im Januar noch, als wir den gedreht haben. Also dementsprechend danach kamen natürlich wieder Infos, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon draußen waren, aber zum Zeitpunkt des Drehtags der Folge noch nicht bekannt waren. Und deswegen tut uns das natürlich leid, aber was sollen wir denn machen, wenn das noch nicht... Informiert ihr euch gar nicht. Ja, wir versuchen uns zu informieren. Ich habe mich heute auch auf die Recap zumindest vorbereitet. Sehr gut. Nee, aber das muss man wirklich nochmal sagen. Unser Anspruch ist es schon, dass wir euch so oft wie möglich Royzone-Podcast liefern. Und das hätten wir auch geschafft. Wie gesagt, das war ein kleines technisches Problem, das wir hier hatten. Für das konnte auch niemand was. Das war einfach von jetzt auf nachher eine Speicherkarte kaputt, auf der der Ton war. Und da konnte man auch nichts mehr machen. Sogar Versuche, das Ganze bei einer professionellen Firma fixen zu lassen, die genau für sowas zuständig ist, die auch einen Haufen Geld dafür wollen, sind gescheitert. Und insofern musste man dann letzten Endes entscheiden, nimmt man das mit der nochmal überarbeiteten Tonversion. Man glaubt gar nicht, was wir mittlerweile für geile Standards haben. Also das, wie sich das hier anhört. Früher, oder auch meine ersten Podcasts, die waren einfach random, so mit Kamera und gesprochen. Und als wir uns das jetzt angehört haben, war das so, wir hatten das Kamera-Audio und Emil hat das nochmal überarbeitet. Ja, und das war so, dass wir uns das angehört haben und gesagt haben, das kann es eigentlich nicht bringen. Soweit ist es halt schon, dass wir halt sagen, geht nicht mehr. Ja, Mann. Einen gewissen Standard wollen wir halt auch liefern. Ihr wollt ja Hörgenuss haben. Ihr wollt das, wenn ihr jetzt YouTube Premium zum Beispiel habt, ist das voll entspannt. Dann könnt ihr auf Autofahrten, egal was, könnt ihr das Handy auch auf, ja, könnt das sperren und könnt das einfach weiterhören. Und da geht es dann wirklich auch nur noch um den Hörgenuss. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass diese Qualität geliefert wird. Deswegen haben wir eine Folge verschluckt, die andere haben wir trotzdem geliefert. Und jetzt versuchen wir natürlich wieder frequentiert nachzuliefern, obwohl die Wettkampfsaison ja bald beginnt. Das wird auch noch hart für uns, ne? Ja, das wird hart. Also mein Saisonauftakt ist auf jeden Fall schon mal mies. Also Invictus Cup, Dennis Wolf, dann ist FIBO. Da sind wir ja auch. Da sind wir auch. Stimmt, kann man jetzt schon mal exklusiv leaken. Wir sind am Sonntag, den 14. zusammen auf der FIBO. Ja. Und sind dort am Gold's Gym Apparel Stand. Also von der Bekleidungsmarke von Gold's Gym. Da sind wir mit am Stand, auch mit dem einen oder anderen Athleten von uns. Und was wir für euch hauptsächlich an dem Tag liefern werden, ist ein bisschen Live-Content. Das heißt, ihr werdet auch live ein paar Themen aufgreifen, über die sprechen. Ihr kriegt so eine Art kleinen Live-Podcast. Aber es wird auch interaktiv. Ihr werdet da die Möglichkeit haben, ein bisschen was zu gewinnen. Wir werden ein paar Formchecks machen und so. Also ich würde sagen, vorbeischauen lohnt sich, oder? Also gerade alle Athleten, die dann gerade in der Wettkampfform oder Wettkampfvorbereitung sind und schon ein bisschen bessere Form haben, die können gerne mal vorbeigucken und dann dementsprechend auch vielleicht was gewinnen mit dem, was sie bis dahin schon erreicht haben. Oder halt auch alle, die für die FIBO eine Diät gemacht haben. Oder alle, die fett sind. Naja gut, die können sich auch entscheiden. Wir können ja auch eine beste Off-Season formen. Ja, kann man auch machen. Aber wir wollen halt schon ein bisschen natürlich auch präsentieren und dann mal gucken, wer da so rumläuft. Und das müssen ja auch nicht Leute sein, die bei uns im Coaching sind. Da kann ja jeder hinkommen. Ja, natürlich. Und dementsprechend, die Tagvorher ist noch die GmbF. Also wir sind ja auf der GmbF-Meisterschaft. Da sind wir auch, ja. Freitag, Samstag und dann am Sonntag auf der FIBO fahren also von Weizrode bzw. Bad Falling-Bostel dann noch runter nach Köln. Und machen dann den Sonntag auf der FIBO komplett für euch den Live-Podcast und diesen kleinen, kleine Competition. Genau, wir machen da wirklich auch was Schönes draus. Und ja, dann geht's zurück und am Donnerstag die Woche drauf fliege ich schon nach Schweden. Dann komme ich am Montag aus Schweden wieder und fliege die Woche Donnerstag darauf schon wieder nach Portugal. Also es wird interessant. Und so wird das die ganze Zeit, bei mir fängt es ein bisschen später an, aber bei mir wird es im Endeffekt dann ab irgendwann genauso laufen. Trotzdem haben wir uns vorgenommen, dass wir irgendwie unsere Roadzone-Podcasts aufrechterhalten. Man kann ja auch immer über ein paar Wettkämpfe sprechen und so weiter. Also wir werden uns alle Mühe der Welt geben und insofern, jetzt sind wir aber erstmal für euch da. Die kleine Pause war unter anderem auch wegen meiner Haartransplantation, muss man sagen. Nicht, weil, also auch zum Teil, weil ich natürlich nicht als voller Krüppel jetzt einen Podcast aufnehmen wollte. Aber teilweise auch, weil ich die erste Woche danach war ich schon so ein bisschen schwierig unterwegs, muss man sagen. Das hat schon ein bisschen genervt. Du musstest halt sehr aufpassen, wie du dich bewegst. Auch nur mit diesem Nackenkissen schlafen und so weiter. Und ich hatte auch keinen Nerv. Wirklich, ich habe mir gesagt, ich will für die Regeneration das Bestmöglichste tun. Und da habe ich mir gesagt, ich habe mir eine Woche verordnet, in der ich genau gar nichts mache. Ist auch schlau. Ja, wirklich gar nichts. Das habe ich wirklich auch so gemacht. Ich war nur zu Hause, ich war gefühlt gar nicht draußen. Und das hat mir, glaube ich, auch ganz gut getan. Also von dem her war das, glaube ich, in dem Moment das Klügste, was ich hätte tun können. Und danach ging es dann so ein bisschen in die Terminfindung. Was schaffen wir, was machen wir, was kriegen wir hin. Und deswegen hat es jetzt halt ein bisschen länger gedauert. Da sind wir wieder. Ja, so sieht es aus. Notfalls müsst ihr mich mal irgendwie mit einem Fernseher auf die Couch stellen und zuschalten. Wenn ich mal irgendwo ganz weit weg bin oder so. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ich glaube, wir kriegen das auf jeden Fall hin, dass wir für euch geilen Content liefern. Das soll das Ziel sein. Und insofern erste Station für uns. Du hast dich vorbereitet. Ein Traum. Die Arnold. Ein bisschen. Also natürlich, als Bodybuilding-Fan guckt man das Ding ja irgendwie auch. Arnold Classics Ohio. Jetzt gewesen. Es gibt ja dazu schon einige Recaps, muss man sagen. Da sind ja immer alle ganz schnell dann ihre Meinung zu dem Wettkampf zu äußern. Letzten Endes sind wir aber als Bodybuilding-Coaches, glaube ich, auch nochmal dazu qualifiziert, für ein paar Worte dazu zu finden. Und einfach mal zu gucken, wie ist es da gelaufen. Das Erste, was ich tatsächlich zu Tamara gesagt habe, als wir das geschaut haben, dass ich, also ich habe, die ersten Beiträge wurden ja hochgeladen. Und da kam so viel Negatives zu uns. Also die haben drunter geschrieben, oh, wie sieht denn der heute aus, was denn da passiert, leider gar nicht verbessert und sowas. Und ich denke mir dann immer, ey, der ist Top 3 so. Mit Mitte 20, Anfang Mitte 20, was willst du den jetzt runter machen, nur weil der mal einmal vielleicht ein bisschen flacher war vom Oberkörper jetzt. Finde ich ja irgendwie ein bisschen scheiße, den dann so auf dem rumzuhacken, weil die anderen waren halt einfach besser an dem Tag jetzt. Also zumindest ein Wesley war deutlich besser. Sieht man ja auch an den Scorecards, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber trotzdem hat er ja stabil sein Paket gebracht. Und wenn du in der Weltspitze immer dich Top 3 platzierst in allen relevanten Wettcampen, dann kannst du eigentlich keine Beleidigungen reinfahren, weil dann bist du gut. Punkt. Das sehe ich an sich genauso. Aber lass mich hier mal wieder die kritische Stimme sein. Lass uns mal die Fakten nüchtern auswerten. Fakt, ob es jetzt einem Urs Fern gefällt oder nicht, hat er sich verbessert oder nicht? Was ist deine Meinung? Das Paket zum Olympia hat er minimal verbessert, hat aber das Problem, also das Paket sage ich, er hat es aber an dem Tag weder gezeigt und leider ist es auch passiert, dass durch ganz viele kleine Fehler, die man hätte vermeiden können, dieses Paket, was er verbesserterweise an dem Tag hatte, nicht präsentieren konnte und auch nicht präsentiert hat. Das ist das, was man auf jeden Fall ehrlicherweise sagen muss. Ich finde nicht, dass man sagen kann, dass er sich nicht verbessert hat. Das würde ich auf jeden Fall auch nicht unterschreiben. Ich finde vor allem, der Unterkörper ist sehr, sehr stark, also nochmal ein bisschen stärker sogar geworden. Ich habe mir auch im Vorfeld durch eine Reaction, die der liebe Emil für mich bereitgestellt hatte, einen direkten Vergleich zwischen ihm und Wesley angeguckt, also wo sie wirklich Splitscreen nebeneinander waren. Und es ist, kann ich gleich sagen, es ist erschreckend, um wie viel besser seine Beine gegenüber denen von Wesley waren. Ja. Vor allem in der Back. Ja. Also er hat gefühlt das Doppelte an Volumen, hat sich auch vorteilhaft dahingestellt. Also er hat sich definitiv verbessert. Wir können mal über diese Fehlerchen reden, über diese Patzer, weil das muss man ja ganz ehrlicherweise sagen. Die einen sagen, es war die Farbe, die anderen sagen, er hatte so einen ganz leichten Wasserfilm, könnte man vielleicht auch sagen. Also ich finde, was auf jeden Fall aufgefallen ist, dass im Mittelpartie-Bereich die Farbe nicht geil war. Das ist leider das Erste, als ich das gesehen habe, dachte ich, nein, so wirklich, nee, komm, das kann nicht sein. Wie, warum? Wie kann denn sowas auf dem Niveau noch passieren? Klar, das kann immer passieren, aber wenn du im Splitscreen neben Wesley das gesehen hast, der sah einfach, ey, er hat golden geglänzt und jeder Stripe war perfekt sichtbar. Und da hat er ihn natürlich gekriegt. Was sagst du zu dem Farbthema? Wie siehst du das? Also ich, fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an, du hast bei einem Wettkampf zwei Dinge, die dich schlechter aussehen lassen können. Die einen Dinge hast du in der Hand, die anderen Dinge hast du nicht in der Hand. Wir fangen mal mit den Dingen an, die man nicht in der Hand hat, das Licht war scheiße. Das Licht meinst du, ja, ja. Das Licht war scheiße. Aber es sah bei Wesley gut aus. Und das stimmte auch, ja, wenn du weißt, wie du das machen musst. Also die Sache ist einmal, wenn du natürlich Glück hast und da hat Wesley Glück mit seiner Körpergröße und seinen breiten Schultern, dass er natürlich sehr stark auffällt und dann eventuell auch mal schneller in die Mitte geholt wird, weil es einfach sehr imposant ist. Also dieses Auftreten des ersten Schaffens. Das hat ihm doch aber sonst auch nicht viel gebracht, zum Beispiel beim Olympia letztes Mal, da konnte er mit denen allen nicht mithalten. Das Paket war aber schon anders als beim Olympia, weil ihm Wesley jetzt… Es war besser, er hat auch die Beine nochmal verbessert. Das ist ein Once in a Lifetime gewesen, sowas kriegt er wahrscheinlich sogar nicht nochmal hin. Glaubst du? Weiß ich nicht, aber glaube ich nicht. Ich habe auch sehr in Frage gestellt, dass der beim Olympia bestehen kann, allein wenn man sieht, die Beine zu Urs, so ein großer Sprung und von Urs zu Siebam ist ja auch nochmal ein kleiner Unterschied. Ja, den Vergleich müssen wir auch gleich nochmal ziehen, das ist für Olympia ganz interessant, weil eine Quali hat ja Urs, haben ja jetzt beide sowieso schon, Wesley hat ja seine Quali letztes Jahr schon in Rumänien geholt. Gut, dementsprechend war das ja jetzt auch so ein Wettkampf, wo es eher um Prestige ging und wenn Arnold fragt, geht man. Das ist so, aber um das jetzt nochmal auf den Punkt zurückzukommen, also du hast ja, wie gesagt, die Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, Licht so. Und wenn du aber siehst, wie das Licht ist und du bist rechtzeitig bei dem Wettkampf und du kannst ja vorher schon ein bisschen was angucken, dann kannst du noch manchmal Dinge beeinflussen. Und wenn du weißt, Licht ist sehr hell an bestimmten Punkten und wo du wahrscheinlich auch stehen wirst, weil du dir sicher mit deiner Form bist, dass du Center ein bisschen heller beleuchtet bist, dann ist es immer besser, nicht zu dunkel hinzugehen und nicht zu glänzend hinzugehen. Meine Meinung, wenn das Licht ein bisschen bediegender ist, hast du die Möglichkeit, die Farbe ein bisschen weniger sparsam aufzutragen, ein bisschen dunkler hinzugehen und auch mit mehr Glanz zu arbeiten, um das besser rauszustellen. Und das ist sowas, okay, du hast das Licht zwar nicht in der Hand, du kannst aber trotzdem ein bisschen damit spielen. Und dann ist immer die Frage, wie nimmt deine Haut das auch auf, ne? Wenn es bei Wesley halt einfach einen schöneren Touch gibt, die werden beide wahrscheinlich Top-Tan gemacht haben, so ist das ja, ne? Und trotzdem ist der Ton anders bei der Beschaffenheit der Haut und auch beim Typ, Körpertyp und so weiter unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich auch noch Dinge, die du in der Hand hast. Das ist dann, wie gesagt, die Farbe ist ein Punkt, aber auch dein Posing. Und das hat mir bei Urs dieses Mal überhaupt nicht gefallen. Was hat dir, also, ja, ich hake da auch kurz ein, Farbe klar, Posing kann ich jetzt schon mal vorne rausschießen. Ich finde, dass Urs sich manchmal in seinen Kühen zu sehr auf diese Kunststücke beschränkt, anstatt saubere, zusammenhängende Posen durchzuziehen, weil das kann er, er kann das verdammt gut. Genauso gut, wie er irgendwelche Tanzeinlagen machen kann, kann er ja auch posen. Und ich finde, darauf sollte er sich eher beschränken. Mir hat seine Performance beim Olympia dahingehend nicht gefallen, weil er die Hälfte nur rumstand. Er stand ja wirklich nur rum und hat telefoniert auf Kugdeutsch. Und das fand ich daneben, muss ich ehrlich sagen, weil ich hätte einfach mehr erwartet. Ich hätte, ich habe das Gefühl, er bleibt damit unter seinen Möglichkeiten, weil er könnte sich eine geisteskranke Choreografie ausdenken. Er kann es, er kann es wirklich, er kann die tänzerischen Sachen, er kann die Eleganz. Und das war das eine, das war die Kür. Ansonsten im Posing selbst fand ich seine Front-Double-Biceps wie immer recht gelungen, weil ich finde, da hat er einfach eine sehr, sehr schöne schmale Taille. Das hat der Wesley auch krass voraus. Wesley kann sich so eine Front-Double-Biceps gar nicht leisten, wie Urs steht, weil dann würden seine Beine verschwinden. Und dafür macht Urs sie aber dadurch ein bisschen kleiner. Aber ich habe in der Side-Chest zusammen und zum Beispiel in ein, zwei anderen Posen, habe ich auch gedacht, die hätten besser sitzen können. Ich fand es halt nicht so gut, dass es sich so krass eingedreht hat. Also wer den Livestream geguckt hat, der weiß ja, dass die Kameraführung sehr straight war. Und eindrehen ist ja gut. Du postest nicht für die Kameraführung, noch nicht für den Livestream, noch nicht für die Leute oder das Publikum, sondern für die Judges. Das ist halt schon, für den Wettkampf bist du ja da und die bewerten dich nun mal. Und wenn du es anders machst, sind sie auch böse. Dass der Rechtsaußen dann dich auch noch sieht, ja. Aber du darfst natürlich auch nicht verschwinden, weil das hat jetzt keiner gemacht. Und es ist nie gut, auf der Bühne was zu machen, was keiner macht. Also wenn du der Einzige bist, der irgendwas macht, egal ob das gut ist, ist das trotzdem nicht gut. Kommt drauf an, wer du bist, eine Sibam darfst wahrscheinlich. Ja, gut, okay, aber dem würde sowas nicht passieren. Das sage ich dir ganz ehrlich, der ist jetzt professionell für. Sibam kann nur aus einem Grund verlieren und das wäre, wenn er noch mehr Muskeln abreißt und dadurch sein insgesamter Look einfach hässlicher wird. Sonst muskulär, Linie, Präsentation, Ausstrahlung, kommt keiner an ihm vorbei, Wesley auch niemals. Das ist wirklich ein anderes Level. Bin ich bei dir. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, das hat mir nicht gefallen, dass er die so krass eingedreht hat, weil dadurch war er praktisch weg. Also da sah er zehn Kilo leichter aus als alle anderen. Du hast den Vergleich zu Wesley gesehen, das ist so schade gewesen. Wenn ich ihn nur in der Pose hätte bewerten müssen, hätte ich sogar Brion noch auf drei gesetzt, bin ich ehrlich. Wo er nur eingedreht war. Wenn er die Sideshots nicht gehabt hätte, wo er sich nicht so krass eingedreht hätte, hätte Brion vielleicht sogar noch eine Chance gehabt, weil Brions Bein von der Seite ist auch nicht schlecht. Das ist nur von vorne scheiße. Und der größte Fehler war ein Backdouble, da hat er nicht aufgemacht, weil wenn du in einem Line-Up stehst, mit einem Ramon auch, der sehr viele Rückendetails hat, hatte er diesmal auch nicht, aber da kommen wir gleich noch drauf. Und einem Wesley, der gefühlt 1,40 Meter breit ist, dann kannst du nicht hinten flexen. Du musst aufmachen. Rückenvergleich war auch deutlich sichtbar, dass da auf jeden Fall die Vorteile bei Wesley gelegen haben. Auch im unteren Rücken einfach deutlich mehr Härte zu sehen. Da hat einfach der Tannenbaum bei Urs, der kam nicht so richtig zur Geltung. Und ich hatte auch das Gefühl, nicht, dass er ihn nicht richtig gedrückt hat, sondern dass da vielleicht auch so ein kleiner Film noch drüber war. Weil bei Wesley war das ausgemalt. Wirklich ausgemalt. Das sah geisteskrank aus, muss man sagen. Ich hatte auch das Gefühl, Wesley war ein bisschen frischer. Also so vom Look her. Könnte sein, dass er einfach rechtzeitig die Bremse gezogen hat und nicht mehr so lange vor dem Wettkampf trainiert hat. Kann sein. Der hat vielleicht nur voll gemacht. Wesley hat einen großen Vorteil. Der füllt das Gewichtslimit nicht aus. Also der ist nicht so close. Durch seine extreme Größe und dadurch, dass seine Beine so dünn sind, hat er noch Luft. Das heißt, der muss nicht mit den Carbs zur Waage runter. Waage ist Freitag, Wettkampf ist Samstag. Das heißt, Wesley kann die ganze Zeit durchessen. Und deswegen bleibt er prall und kann prall und hart hingehen, weil Körperfett hat eh keiner von den Jungs. Das ist nur noch eine Wasserfrage am Ende, weil shredded sind die eh alle. Vielleicht Michael Daboul ein bisschen mehr als der Rest, aber das hat ihm ja auch kein Blumenpott gebracht, so der war ja auch nicht gefällt. Aber das liegt halt einfach daran, dass das kein schöner Athlet ist. Der ist zwar hart, aber nicht schön. Das ist halt einfach da der Fehler gewesen. Deswegen zu Recht Platz 5. Ist immer noch sehr gut. Ja, natürlich auch für die Form belohnt, aber halt in dem Line-Up dann zu schlecht von allem anderen. Aber das ist halt bei Wesley der Vorteil. Und ich glaube, das hat ihm einfach dafür gesorgt, dass er den frischeren, besseren Look hatte, weil er nicht auf Zwang ohne Carbs zur Waage muss und danach versucht, innerhalb von 24 Stunden reinzupressen. Kann gut sein, ja. Man kommt oftmals nicht das an, was man denkt. Das ist das Problem. Das ist das, du sagst gerade was, das Interessante. Das hatte ich relativ ähnlich in der Reaction auch gesagt. Ich hatte einfach den Eindruck, dass an dem Tag Wesley das ganze Paket einfach schöner gebracht hat. Und er hat, obwohl Urs eigentlich immer die perfekte Ästhetik für diese Klasse hat und sich trotzdem in den Übergängen schön bewegt hat und so weiter, hat ein Wesley an dem Tag einfach so, auch von seiner Ausstrahlung und von allem, wie er aufgetreten ist, so ein bisschen an Arnold erinnert. Und hat dann einfach die Leute dadurch für sich gewonnen. Und das muss man einfach auch sagen, Urs und Ramon haben das nicht geschafft, ihn zu besiegen, trotzdem, dass sie so einen Vorteil mit den Beinen hatten. Das heißt, das hier war ein Gesamtprodukt aus Urs und Ramon, die einfach nicht getroffen haben in jeglicher Hinsicht. Und aus Wesley, der einfach gestrahlt und geglänzt hat. Und das hat dann dazu geführt, dass er mit einem Punkt, wirklich nur mit einem Punkt gegen Ramon bestehen konnte. Das war ja auch sauknapp. Normalerweise in der Welt der Classic, ja, wenn einer Beine hat, hat er fast schon gewonnen. Also die Beine machen alles. Ich habe so viele Wettbewerbe gesehen, da hat einer, der eine hat ein geiles Gesamtpaket, der nächste hat nur Beine, der mit Beinen gewinnt. Dieses Mal hat der mit dem Gesamtpaket gewonnen. Und das aber auch nur, weil die anderen zwei mit den Beinen halt irgendwie so ein bisschen am Thema vorbei waren. Ja. Ich glaube deswegen, man darf nicht so viel für den Mr. Olympia mit rausinterpretieren. Ich hatte auch vorhin die Behauptung aufgestellt, weil ich weiß nicht, was du sagst. Ich glaube, man wollte vielleicht auch einfach ein bisschen Spannung aufbauen. Dass man sagt, es gewinnen ja immer die gleichen. Egal auf welchen Wettkampf du gehst, ist es immer die gleiche Reihenfolge. Fehlt Siebam, ist es Ramon Urs. Wenn Siebam da ist, ist es Simon Ramon Urs. So, Simon. Simon. Der Simon ist am Start. Simon Teichmann ist am Start. Genau. Wie er in Form aktuell in der Klassik Physik als Profi. Aber da sind Beine, glaube ich, auch zu dünner. Wir nennen Siebam ab jetzt Simon. Das finde ich gut. Es muss ja einen deutschen Siebam geben, das ist der Simon. Und das heißt, wenn der Simon nicht da ist und der Urs hätte jetzt eigentlich nach Ramon sein müssen, Ramon Erster und danach ist doch egal, was passiert. Und die haben sich gesagt, nee, wir wollen jetzt mal, dass die Leute Bock auf den Olympia haben. Wir wollen, dass es spannend ist. Wir wollen, dass die Leute diskutieren. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum Wesley gewonnen hat. Obwohl ich dir auch sagen muss, das war aber schon fair. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt geschoben hat, also das glaube ich nicht. Ja, aber was ist mit den Beinen? Aus unserer Sicht ja, aber die Beine werden doch immer vorgezogen. Die Beine sind mit das Wichtigste in dieser Klasse. Auch wenn immer gesagt wird, es ist die Ästhetik und bla bla bla. Ist richtig, aber du hast beim Bodybuilding, wenn du eine Scorecard anguckst, es geht ja beim Bodybuilding darum, nicht den Besten zu finden, sondern den am wenigsten schlechtesten zu finden. Das ist ja so. Und an dem Tag gab es keinen, der weniger Fehler hatte, auch wenn er einen Fehler hatte, als ihn. Ja. Weil das Ding ist immer, gerade in der Classic wird halt die Härte stark bewertet. Und wenn du nur minimal verwaschen bist, kostet dich das schon den Sieg. Und er war der Einzige, der on point gepiekt war. Aus dem Top 5 Lineup. Brion zähle ich jetzt mal nicht, weil der einfach durch sein Alter, dadurch, der ist ja schon über 40, eine extreme Muskelqualität hat. Das ist so, den kannst du da hinstellen, der würde wahrscheinlich auch eine Woche vorher schon genauso aussehen. Der piekt auch wahrscheinlich nicht so krass. Aber bei den jüngeren Athleten ist das meist sehr interessant, auch einem Ramon oder halt auch einem Urs, wie die halt laden, wie die letzten Tage verlaufen. Hast du da Stress? Wie ist das mit der Waage? Welche Diuretika machst du wann? Und so. Und das ist halt so dieses, das extrem ausschlaggebende für die Form. Und wenn du die nicht bringst, dann kriegst du schon so viele Fehlerpunkte, dass jemand, der in guter Form ist, aber vielleicht eine Muskelpartie hinterherhängt oder zwei. Und im Übrigen finde ich bei Wesley ist halt doch der Arsch halt hauptsächlich. Wenn der jetzt einen richtig guten Hintern hätte, dann würde der Frame unten schon ganz anders aussehen. Gut, einen Quad-Sweep hat er halt auch leider nicht. Aber so insgesamt. Aber er hat, wie gesagt, die Form genählt. Und dann hat auch am Ende diese Dinge, die halt für den Gesamtlook sorgen, wie Farbe, Öl, Glanz, Präsentation, Lächeln, hast du nicht gesehen. Weil Ramon kam raus und sah aus wie sieben Tage Regenwetter. Der hat gelächelt, aber das sah nicht so aus, als ob er sich wirklich freut. Da ist irgendwas schiefgelaufen die letzten Tage. Dem hat das irgendwie nicht gefallen. Er kann es halt leider auch nicht überspielen. Er kann es nicht überspielen. Was ein bisschen schade ist. Und das ist natürlich dann auch, wenn du, sage ich mal, irgendwie nicht so dich selber hundertprozentig in Form fühlst vielleicht oder so, dann macht das ja was mit deiner Psyche und das sorgt meistens dafür, dass sich der Look noch mehr verschlechtert. Dann kommst du aber mit Medikamenten nicht mehr gegen an. Du musst dich wohlfühlen. Er war ein bisschen wahrscheinlich schon die letzten Tage in Bange, meinst du so, dass er gemerkt hat, es wird nichts oder so. Ich habe gerade die Bilder gesehen, hier hatten wir uns gerade noch angeguckt, den Vergleich zum Olympia 23 jetzt, also vor ein paar Monaten und zu jetzt. Und da ist schon krass unterschiedlich von der Härte. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Er war halt schwerer. Etwas, worüber man sich erstmal freuen darf, weil das sicherlich das Ziel ist, wenn man Sibam einfach Simon, einfach jagen möchte. Aber was macht man mit mehr Masse, wenn man sie dann wirklich auch wieder pieken muss? Klappt das sofort? Ist es vielleicht ein bisschen schwieriger? Ist es anders? Oder ist halt komplett irgendwas anderes schiefgelaufen? Ich gebe dir recht, wenn ich ihn so vom Frame her gesehen habe, dann dachte ich, cool, ist besser geworden. Aber wenn man sich so insgesamt anguckt, welche plastische Härte er die letzten Male gebracht hat, dann war er unter seinen Möglichkeiten. Das hast du auch gesagt, da bin ich auch, als du es gesagt hast, das ist mir aufgefallen, bin ich auch bei dir. Das heißt, du hast schon was Richtiges gesagt. Man kann eigentlich sagen, Wesley hat es auch hauptsächlich bekommen, weil die zwei es, ich übertreibe es jetzt, verkackt haben. Genau. Und dann ist das an dem Tag der Gewinner. Aber das ist trotzdem auch, ich bleibe dabei, dass ich sage, ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, man hätte das dann trotzdem einem Ramon geben können, weil er einfach das Gesamtpaket besser gebracht hat. Und ich glaube, man wollte schon ein Zeichen setzen. Man wollte, man hat einfach einen Grund gesucht, zu sagen, ich gebe das jetzt jemand anderem, damit das wieder spannend wird. Und das ist es jetzt auch. Jetzt wird heiß diskutiert. Was macht Wesley jetzt? Ist Wesley jetzt ein Kandidat für Olympia? Wird er sich weiter vorne platzieren? Ich persönlich sage, wenn der bis dahin nicht massiv Quatsch aufbaut, was ein bisschen knapp wird, aber geht alles irgendwie, dann wird er sich nicht viel besser platzieren. Das ist doch vielleicht ein bisschen besser als letztes Jahr. Ja. Aber nicht Top 3 wird schwierig. Was ich zu der Sache nochmal sagen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel Wesley vergleiche, Olympia zu Arnolds, extreme Verbesserung. Wenn ich sehe, Ramon Olympia zu Arnolds, minimale Verschlechterung, aber nur was die Härte angeht, nicht was die Masse angeht. Wenn Ramon in seiner Olympia-Form genau das gleiche Paket, ohne irgendwelche Optimierung, genauso gestanden hätte, hätte Wesley trotzdem keine Chance gehabt. Wenn Urs genauso gestanden hätte, wie beim Olympia, dann wäre er wahrscheinlich sogar hinter Björn gewesen. Also Urs hat sich meiner Meinung nach schon ein Stück nach vorn geschoben, für den reicht es halt einfach noch nicht. Der braucht halt noch ein bisschen mehr Masse. Der ist doch noch jung. Der hat noch Zeit, der arbeitet sich jetzt hoch, alles gut. Aber die anderen beiden, da war es wirklich die krasseste Diskrepanz, weil Wesley sich genau das Stück verbessert hat, was Ramon sich verschlechtert hat. Und deswegen hat sich das in dem Line-Up jetzt so geswitcht. Und dann hat es trotzdem nur für einen Punkt gereicht. Es ist nur ein Punkt gewesen auf das Scorecard. Der eine hat glaube ich sieben, der andere acht oder so. Ja, und das ist die Prognose für den Mr. O. Also da muss schon echt viel passieren, damit er sich da auch wieder besser platziert. Obwohl er wirklich, ich finde, dadurch, dass er jetzt so im Spotlight war, hat man einfach noch mal gesehen, dass es echt ein schöner Athlet ist, so Wesley Wizards. Also es ist schon ein sehr schöner Athlet, muss man sagen. Der hat sich schön gemacht. Also wenn du den von früher mal anguckst, auf seinen ersten Wettkämpfen, haben wir jetzt ganz viele so Transformationsbilder hochgeladen von diesen ganzen Bodybuilding-Motivation-Sites und so. Wenn du bei Instagram mal durchscrollst, wie der so bei seinem ersten Wettkampf ausgesehen hat, ja, das ist ein hässlicher Vogel von deiner ganzen Genetik und so alles, ne. Und der hat sich wirklich so schön gemacht. Also der hat wirklich, der hat Bodybuilding verstanden, der hat wirklich seinen Körper geformt. So, dass er jetzt auf diesem Level competitive ist. Und deswegen Riesenprops an ihn. Und man muss auch sagen, noch mal dazu, er hat sich deutlich mehr verbessert zum Olympia, als Urs das hat. und da drunter hat jetzt, hat einer geschrieben unter dem einen Beitrag, Zeit für Urs, für einen neuen Coach. Und dann hat ein anderer kommentiert, Funfact, die sind beide beim gleichen Coach. Ja, die sind beide bei Kinzel. Das heißt, Kompliment an Wesley, weil hier ist nicht das Know-how des Coaches jetzt der ausschlaggebende Faktor, sondern dass Wesley gesagt hat, ich reiß mir jetzt mal richtig den Arsch auf. Da ist vielleicht auch psychisch was passiert in der Zeit und der hat Gas gegeben und der hat alles richtig gemacht. Weil am Plänen liegt es ja nicht. Da werden beide was ähnliches machen. Stefan geht halt oft sehr ähnlich auch vor. Ist auch die gleiche Klasse, auch beim gleichen Sponsor. Das ist ja nun mal das gleiche Ding irgendwo, ne? Ist ja auch ein bisschen das Thema gewesen, dass man das Gefühl hatte, dass sich ein Fabian Mayer da so ein bisschen vernachlässigt gefühlt hat, gefördert zu werden, weil es eher nur um einen Urs ging. Und dass man da halt gemerkt hat, da wird jetzt nicht irgendwie mehr gemacht für den einen oder anderen. Vielleicht wird wirklich mehr für Urs gemacht. Aber wie du selbst schon sagst, die sitzen da alle im gleichen Boot. und ein Wesley hat sich jetzt anstatt Frust vielleicht aus dieser Situation eine Aufgabe gemacht und hat gesagt, na klar, das ganze Spotlight ist auf Urs, aber ich meine, ich habe hier meinen Scheiß, ich kann doch selbst arbeiten. Vielleicht muss ich einfach mehr machen, vielleicht muss ich mich einfach noch mehr reinfuchsen, vielleicht muss ich mir noch selbst ein paar Regenerationsgeschichten überlegen oder so, dass ich gucken kann, wie kann ich noch einen kleinen Vorteil kriegen. Deswegen, also schön ist, für mich auch, haben sie es geschafft, dass die Erwartung auf den Mr. Olympia spannend der ist. eine Frage noch, warum kann Brion nicht aufschließen? Nicht mehr. Obwohl er so ein krasser Athlet ist. Warum? Also im Oberkörper ist er ja eher sogar Top 2. Also der Rücken könnte Ramons Rücken schlagen. Ja. Safe. Das ist ein Wahnsinnsathlet mit dieser Qualität. Und so auch vom Posing her, von der Linie her, alles super. Aber du siehst natürlich dann irgendwann, die Muskelqualität ist hoch über die Jahre, selbstverständlich. Aber irgendwann geht halt die Masse im Unterkörper weg. Das passiert ja bei allen älteren Männern. Ist die massiv schon weniger geworden? Das habe ich jetzt nicht so stark verfolgt. Findest du schon? Findest du die war mehr, ja? Ja. Also auch diese ganze Linie, die dadurch erzeugt wird und dieses Gefühl von noch schmaleren Knien, das ist alles nicht mehr so da wie früher. Und auch die Härte nicht mehr. Das liegt auch einfach daran, dass wahrscheinlich die Knie mit dem Arsch sind. Das kann gut sein. Das weiß ja keiner. Aber wenn du da jetzt noch anfängst, Beinstrecker mit Fullstack zu machen und hältst den oben nochmal drei Sekunden, damit du einen schönen Quad-Peak kriegst, sage ich mal, und das auch richtig schön sich durchstreift und alles am Ende, das kannst du halt vielleicht mit 45 nicht mehr machen. Meine Knie tun mir heute auch weh und ich bin 34 so. Obwohl ich gestern, wenn ich Beine trainiert habe, so das ist halt so. Das ist Verschleiß. Was willst du da machen? Da kannst du dann auch nichts mehr schönreden. Du willst ja deinen Körper ja auch nicht komplett kaputt machen. Er muss ja auch noch 30 Jahre leben oder so im besten Fall. Und die will er ja nicht im Rollstuhl sitzen. Das siehst du ja bei Coleman, was passiert ist am Ende. Krasse Physik trotzdem. Ein super cooler Athlet und auch absolut verdient in den Top 4 und auch einen riesen Vorsprung zu Daboul, auch auf der Scorecard und das ist auch fair. Finde ich. Würde ich auch sagen. Cool. Über den Rest brauchen wir jetzt glaube ich nicht unbedingt reden. Wie gesagt, Michael Daboul noch so im Mittelfeld. Alles gut. Wir haben jetzt ja auch erstmal nur über die Classic Physik geredet. Ich fand, in der Manns Physik gibt es auch nicht viel zu reden. Außer, dass ich den Diogo Mont sowieso als einen der Weltspitze Athleten dafür völlig verdient auf dem 1. gesehen habe. Ich mag auch sein Posing total gerne. Auch ein Kienzel Athlet übrigens. Ja, ja, immer noch bei Kienzel, soweit ich weiß. Ja, also auf jeden Fall ein sehr starkes Ding. ich bin tatsächlich unglaublich gespannt auf die Kaliber, die wir sehen werden auf unserer Reise, auch jetzt in Bezug auf Matze, weil jetzt diese Pro-Liga, was die Manns Physik angeht, das sind einfach die krankesten Mutanten, die es so gibt. Das ist unfassbar, was das für Athleten sind und ich freue mich schon richtig drauf, Matze neben genau solchen Leuten zu sehen. Dann einfach mal zu sehen, was, ja, wie ist der Vergleich? Matze ist auf jeden Fall gut prall, was ich aus deinen letzten Videos von Reels so gesehen habe. Also der ist auch gut schwer bestimmt im Moment, oder? Ja, er ist nicht schwerer, als er in der letzten Off-Season gewesen ist. Ja, 120 oder so. 100, ja, 100, ich könnte jetzt mal nachgucken, was sein letztes Update war. Also so knapp 120 hätte ich geschätzt, weil der sieht schon prall aus. Das ist überschwer. Ich habe gerade vorhin mit ihm geschrieben. Hier ist er. Matthew. Ja, hast recht. Und, guck mal, wie gut ich schätzen kann. Wenn du ungefähr die Größe sagst, dann weiß ich das doch nicht. Also beim letzten Update waren es 123, 120,8. Das war so Off-Season-Peak, glaube ich, hatten wir noch ein bisschen mehr, was hatten wir, 125 oder so. So viel hat er ungefähr auch gewogen, als er zu mir kam. Aber da war die Form nicht so gut. Nee, da war er speckig. Also er wiegt jetzt trocken und mit diesem Frame so viel, wie er gewogen hat, als er zu mir kam. Und wir versuchen, jetzt hat er ja ein Gewichtslimit. 104? 109. 109. 109 in der Mensch-Physik-Limit. Das muss ich dir mal vorstellen. Matze ist ein großer Athlet. Das ist, glaube ich, Anton hier. Ja, wir müssen jetzt. Der offene Bodybuilder bei seinem Pro-Debüt gewogen. Der ist auch groß. Ich bin völlig cool damit. Ja, das ist halt Warnwitz. Du hast immer noch ein Verhältnis, dass das ja von der Muskulatur so viel erlaubt einfach. Wir werden auf gar keinen Fall versuchen, das auszufüllen. Weil ich finde, Matze hat die schöne Eigenschaft, dass er einfach auch illusionär, weil er so groß ist mit diesem Schlüsselbein, der sieht sowieso immer breiter aus. Und also ich muss jetzt nicht mit eben 109 wiegen oder so. Wenn wir 106 oder 107 wiegen und er ist staubtrocken, was für uns auch notwendig sein wird wegen dem Rücken, dann ist es wichtig. Ich weiß, wir haben uns im Rücken extrem verbessert. Und wenn man sieht, was für Rücken da teilweise auf der Bühne stehen, dann muss der Rücken so trocken sein wie noch nie. Ja, das ist schon heftig. Das stimmt schon. Da bin ich mal gespannt. Sind wir alle. Ich hoffe, wir sehen uns auf den einen oder anderen Wettkämpfen. Ja, definitiv. Wird ja wieder so sein. Meine Saison sind 15 Wochen, also bis Mitte Juli. Also ich bin auf fast allen Events. Ja gut, wir werden, ich habe im Frühjahr jetzt nicht so viele Athleten, im Herbst habe ich deutlich mehr. Auch Athletinnen dieses Mal einige. Bei mir entscheiden sich manche aber auch auf einmal spontan, weil die Form so gut ist. Liebe Grüße an Patrick an der Stelle. Das ist auch sehr witzig. Da bin ich auch gespannt, was dabei noch rumkommt. Ich glaube, dieses Jahr wird es sehr interessant und einige Überraschungen stehen noch bevor. Und wir begeben uns bald auf die Reise. Insofern schließen wir hiermit mal so ein bisschen den Bodybuilding Recap. Wollen wir mal noch Open machen oder nicht? Oh, Entschuldigung, Open. Also ich meine, das war auch noch mal was, was ich sagen wollte. Also über die Frauen, also dass du über die Frauen nicht sprechen willst, habe ich ja schon rausgehört. Aber wenigstens Adi kann man noch mal kurz loben, dass er gewonnen hat. Adi hat gewonnen, wird gelobt, das hat er auch gebraucht. Also ich habe mir auch Bikini angeguckt, einfach so auf das Zeitgeistgrundes, weil Tamara ja jetzt gerade auch startet, NPC-Saison. Und das auch spannend wird im Übrigen. Die Selina ist auch sehr gut. Ja. Vom Chris wird die gecoacht. Mhm. Und von Martin Hahn, die Frau, weißt du? Da bin ich mal sehr gespannt. Da sehen wir uns das erste Mal auf den Invictus Cup und dann noch in Schweden. Also mal schauen. Also die ist eher gut. Ist wirklich eine sehr gute Athletin. Aber wir sind auch gut. Ich finde, ihr habt auf jeden Fall sehr, sehr gut hingelegt. Das sieht man, die Form entwickelt sich sehr gut. Ihr wisst ja auch, wo ihr hingeht. Du kalkulierst das auch immer sehr, sehr gut. Also ich denke, von dem her, toi, toi, toi dafür, dass es dafür klappt. Ja, Adi Chopan, verdient gewonnen, hat er auch gebraucht. Da war noch ein schöner Vergleich, der mir jetzt im Nachhinein einfällt, weil auch immer gesagt wurde, Adi hat ja damals Derek in der Pose geschlagen und in der Pose. Wir haben ja vorhin über das Posing gesprochen und über das Judging. So wird ja nicht gejudged. Deswegen kannst du auch nicht sagen, dass Urs hätte gewinnen müssen, weil er hat in der Rückpose zum Beispiel, hat er ihn mit den Beinen geschlagen. So wird ja nicht gejudged. Das hast du vorhin nochmal sehr, sehr gut gesagt. Das ist auch wichtig, dass die Leute das verstehen. Und in dem Sinne, ich habe bei Adi Chopan sowieso nie irgendwas zu meckern gehabt. Ich fand halt beim letzten Mal, Derek war schon leicht vorne. Wie beim Olympia jetzt. Ja, ja, musste man halt wirklich sagen. Er war leicht vorne, aber das ist ein Kampf unter Giganten, beide beim selben Coach, beides absolute Wahnsinnsviecher und der wird sich dann wohl wiederholen. Das sieht auf jeden Fall so aus. Adi ist halt der geborene Bodybuilder. Also so von allem, auch was diese Ausdauer angeht. Also wenn du siehst, wie man das auch nur annähernd nachvollziehen kann, wie es ist mit so viel Muskulatur rumzulaufen und dann Posing zu machen auf dem Level mit vielen Vergleichen und dann am Ende zum Spaß nochmal so eine halbe Minute fast eine Vakuum zu ziehen. Da weißt du, dass du auf jeden Fall dafür gemacht bist, das zu machen. Weil diese Kapazität, dass der Körper überhaupt mit der Menge Sauerstoff über diesen Zeitraum mit so viel Kontrolle über die Muskulatur versorgt wird, ist auch ein genetischer Faktor. Und das ist Wahnsinn gewesen bei Adi. Also was der an Performance abgeliefert hat, wenn der so den Seratus zeigt und dann zieht der rein und in der Doppelbizeps von vorne noch ein Vakuum. Also absolut heftig gewesen, bei dieser Härte auch noch. Und das Gute bei Adi ist, der braucht halt auch, glaube ich, so einen Typ, der nicht so viel Laden braucht. Deswegen hat der auch nicht so eine krasse Thermogenese und kann da immer wirklich ganz entspannt einfach seine Posen durchmachen. Also das ist für den, wie Arme trainieren gehen, glaube ich. So vom Anstrengungsfaktor. Also das macht dem einfach Spaß. Das siehst du richtig. Das war cool. Ja, und gegen Samson jetzt halt verdient geworden. Wollte ich gerade fragen, was ist deine Prognose, Samson Daughter, der jetzt auch die Zusammenarbeit mit Milos Saatchev beendet hat? Sinnvoll. Weil er sich halt sagt, das hat bis jetzt nicht geklappt. Zu viel Inso. Genau, wahrscheinlich. Kennt man ja von Milos. Der Inso-Milos. Das sagst du. Also man weiß, glaube ich, noch nicht, wohin es gehen soll. Sagst du, er ist wirklich competitive, wenn er jetzt die Linie wechselt, einfach so die Richtlinie. Wohin geht er? Also was machen wir jetzt? Arbeiten wir vielleicht anders? Gehen wir mehr auf Härte? Der Typ kann Hadi ja von der Linie schlagen und hat die gleiche Muskelmasse, die er mitbringt. Er hat sogar noch mehr Muskelmasse, würde ich fast sagen. Ja, ich meinte ja im Verhältnis zu seiner Körpergröße. Schafft es mal, auf die Körpergröße so eine Muskelmasse zu haben. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Also der Letzte, der mir da einfällt mit einer noch guten Linie, ist Dennis Wolf, der bei so einer Körpergröße so viel Masse mit Qualität gebracht hat. Aber Dennis war immer härter und deswegen hatte damals auch die Arnold's mal gewonnen und auch dementsprechend sich immer gut beim Olympia platziert. Und die Mission ist jetzt Härte? Und die Mission soll Härte sein, weil Muskeln hat er genug jetzt. Und es ist ihm auch, glaube ich, sinnvoll für ihn, nicht noch eine krasse Off-Season zu fahren, weil die schlauesten Leute, Raphael Brandao macht das ja schön, der zerschießt sich seine Linie nicht und baut trotzdem Qualität auf, aber kontinuierlich. Also der sagt sich nicht, ich will in drei Jahren 40 Kilo Muskeln mehr haben, sondern vielleicht jedes Jahr so 5 Kilo, 3 Kilo mehr, aber an den richtigen Stellen. Und dann fährst du halt keine Off-Season mit 10.000 Kalorien und hast so eine Plauze. Gut, Roman macht das auch und hat keine Plauze, aber der ist eh nicht normal. Also wir gucken, wir sagen mal jetzt, ein Samson, der muss dann halt auch dementsprechend nicht mehr so viel essen, hat dann eine bessere Bauchkontrolle auch in der Off-Season und das kann ihm nur förderlich sein, weil wenn er sich die Taille bewahrt und diese Muskelmasse in Härte bringt, dann ist das ein Mr. Olympia-Kandidat. Der ist, in meinen Augen ist der von seiner Erscheinung, das ist mir auch spät aufgefallen, also in seiner Erscheinung, als ich ihn letztes Mal bei Mr. O gesehen habe, in den Vergleichen. Ich habe den gesehen und dachte, das ist ein Mr. O. Ja. Früher oder später. Das ist einer. Ich habe ihn ja schon ein paar Mal auch live gesehen, auch in London habe ich ihn schon ein Guest-Posing machen sehen und da war er auch super sympathisch und hat auch einfach diesen Spirit verkörpert. Also wenn du so hinter der Bühne warst und hast ihn so auf ein paar Meter gesehen, bist du mit dem gesprochen, dann war er halt auch so sehr, also diese Aura, die du so hast, als jemand, der was rüberbringen kann. Das kam halt von ihm und das brauchst du auch. Du musst halt auch Vorreiter sein im Sport. Gut, er kommt jetzt aus UK, ist also kein Ami. Muss man halt gucken, wie das ausgewertet wird, aber bei Dorian Yates hat es damals auch gereicht. Wenigstens ist die Sprachbarriere nicht so groß in den Inländern und Amerikanern. Dann geht das immer schon so ein bisschen mehr. Die Tommys sind da zwar auch nicht so gern gesehen, aber manchmal klappt das ja trotzdem, weil das einfach irgendwie so ein bisschen eine Sprache ist, so ein bisschen wie Österreich-Deutschland. Es ist eine sensationelle Physik, also von dem her. Ich glaube, vielleicht... Je nachdem... Für Sensen war das Licht im Übrigen im Bauch scheiße, weil der ist ja nun mal dunkel. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn das Licht in einem Spot zu hell ist, ist das für einen Wesley, der ist ein hellerer Typ, ist geil. Aber wenn du dunkel bist, ich meine, was... Der kann es aber auch nichts mehr machen. Die können ihn ja nicht weiß anmalen. Das geht ja nicht. Der ist ja nun mal schwarz. Ich bin halt jetzt gespannt, in welche Richtung die Taktik gehen wird. Irgendwas muss ja dann durch den Coachwechsel bei Mr. O anders aussehen. Zu wem geht der? Weißt du das? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wisst ihr es? Schreibt es in die Kommentare, wird schon irgendwas gemunkelt. Geht der vielleicht auch einfach zu Hany Rambot? Wäre wahrscheinlich der schlauste Move, aber dann wird es irgendwann auch nicht mehr so spannend. Also dann wäre ich auch nicht gerne Hany irgendwann. Weil, also klar, irgendwie schon, weil du gehst da hin und machst die Top 3 Olympia selber so. Das ist auf jeden Fall. Olympia ist drin. Stehst dann morgens auf, hey Hany, hey Hany, wird ein harter Fall heute. Ja man, du gewinnst. So war es so ein bisschen schizophren, weil du musst ja dann so viele Leute da auf dem Top Level betreuen, aber ja, muss man mal gucken. Ich bin auch gespannt. Insofern, ja, trotzdem, ich für meinen Teil. Im Übrigen, der Horse MD, den haben ja im Vorfeld so viele gelobt, dass der so krass ist. Und die Instagram Bilder waren auch krass, vor allem die Beine halt. Der ist auch bei Milos und der sah auch am Wettkampftag nicht gut aus. Deswegen, ich weiß gar nicht, was der geworden ist. Achter oder so? Weiß ich nicht. Aber es kann halt sein, da war sogar noch Hinterholingshead und so. Ich weiß gar nicht, wenn man dieses, der war ja Top 3 gehandelt, Brandao auf 3 ist ja auch gerechtfertigt gewesen. Aber wie kann das denn sein, dass Sargev schon so ein bisschen dafür bekannt ist, dass dieses Insulinloading und generell dieses viele Insulin, die Athleten ja manchmal nicht ganz hart macht, dass man diesen Kurs nicht mal ein bisschen ändert? Also weiß ich nicht, verstehst du? Wenn das ja schon so ein sehr bekanntes Ding ist und du hörst das immer und weißt das immer, dann kannst du ja auch mal sagen, okay, lass doch mal was anderes probieren. Ja. Musst du nicht. Aber jetzt mach ich einen Cut, weil ich auch glaube, dass es andere Themen gibt, die für euch alle da interessant sind. Ja, aber war ja trotzdem nochmal wichtig, dass wir mal das immer nochmal einfach haben. Genau, deswegen. Insofern haben wir jetzt auf jeden Fall mal kurz, kurz, Alter. Wir haben gar keinen Timer. Wir haben diesmal keinen Timer, ja, wir wissen gar nicht. Drei Viertelstunde seid ihr. Drei Viertelstunde? Okay. Ja gut, natürlich. Dann quatschen wir noch eine kleine Weile über ein paar andere Sachen. Ja. Insofern, ich hätte vielleicht eine Schlagzeile, die kurz noch interessant ist und zwar Sadiq Hatzowitsch trinkt Muttermilch jeden Morgen. Habe ich gesehen im Reel. Okay, was bringt uns Muttermilch, ist die Frage natürlich. Kolostrum. Kolostrum, was ist das? Kolostrum ist Muttermilch. Ist das eine Marke oder was? Ist der Begriff dafür. Ach so, ich dachte schon. Nee, Kolostrum ist Muttermilch. Da bin ich gar nicht dran. Aber ich glaube, Kolostrum ist Muttermilch von Rindern. Wo ist das? Okay. Und ich bin nicht im Theater, hat der das von Frauen, also hat der sich das von Menschen gekauft? Es gibt ja diesen Markt. Ja, ja, den gibt es. Den gibt es. Ist glaube ich so ein bisschen aus dem Fetisch entstanden und dann später so für Bodybuilder so ein bisschen interessanter geworden, dass man sich Brustmilch von schwangeren Frauen, die abgezapft wurde, kauft. Von Frauen. Also ich habe das damals in Pain and Gain gesehen. Ja. Da saßen die dann an der Theke da irgendwo in so einem Laden und dann hat der... Der Schwarze, der keinen hochkriegt, der hat dann Muttermilch getrunken und hat es dann The Rock erzählt und The Rock meinte, warst du denn mit dir falsch? Oder er hat es Mark Wahlberg erzählt, wie auch immer. Und da dachte ich, oh, krass. Und nein, ich habe es nicht probiert. Was ich dann halt gemacht habe, ist, ich habe halt versucht, mich so gut es ging zu informieren, ob das irgendeinen Sinn hat. Ich konnte es nicht, haben wir gerade nicht gestillt. Das ist natürlich schade für dich. Ja. Das wäre es dir jetzt drei Kilo schwerer. Der Sinn dahinter ist natürlich, da muss ja irgendwas an Nährstoffen drin sein, was den Säuglingen so gut tut. Fakt ist, gerade wenn es von Fremden ist, ist das Ganze, weil ich meine, du hast ja gefühlt ein Organismus bei einem Säugling und der Mutter. Das ist korrekt. Ich habe dann bakteriell wahrscheinlich gar keine so gute Idee. Ginetischen Codes oder so. Ja, aber auch von den Bakterien her. Es ist wie, keine Ahnung, man sagt ja so, dein eigener Speichel ist gut, fremder Speichel ist giftig. Ist ja kein Scheiß. Wenn ich einen Mensch beiß, ist es lebensgefährlich. Tatsächlich ist es auch, auch viele Partnerschaften, wenn jetzt die Frau mit dem Mann zusammenkommt und die haben häufig Sex so am Anfang, dass die Frau ganz oft so eine Blasenentzündung kriegt und so Probleme bekommt, weil tatsächlich das Sperma von dem Mann in der Vagina der Frau als feindlich angesehen wird und die Frau mit einer Immunreaktion zu rechnen hat. Das heißt, das Immunsystem sieht das Sperma als Eindringling und macht es kaputt und erst, wenn man ein paar Jahre regelmäßig, dann stellen diese sich aufeinander ein vom pH-Wert und dem ganzen Milieu. Ist seltener, aber auch da kennt man dieses Phänomen und das ist wirklich so, Menschen unterschiedlich, also unterschiedliche Menschen sollten ihre Körperflüssigkeiten rein theoretisch nicht vermischen. Und Funfact an der Stelle, wir haben mit vielen Leuten, als Frau schläft und hat ganz viel verschiedene Sperma in sich, hat ein schlechteres Immunsystem, weil der Körper immer wieder gegen andere Bakterien kämpfen muss und damit die Aktivität runtergefahren ist. Egal, das ist sehr geil. Das ist im Endeffekt, also habt nicht zu viele Partner. Da ist was Wahres dran. Deswegen, wie gesagt, dein Speichel ist für andere Menschen toxisch. Das heißt, diese Bakterienkonzentration, die du hier drin hast, klar, wenn du jetzt jemanden küsst, passiert da gar nichts, das sei denn, du bist krank, aber beiß mal jemanden, richtig mit Blut. Yeah. Das ist lebensgefährlich. Und das heißt, wir sind tatsächlich sehr giftig, wenn man das so möchte. Und insofern kann man sich, finde ich, schon vorstellen, dass diese Muttermilch vielleicht gar nicht so gesund sein kann für jemanden, dessen Organismus das völlig fremd ist. Und wegen den Nährstoffen punktest du auch nicht so stark, wie man dachte. Also von dem her, wir leben jetzt 2000, hallo, es ist 2024, und Sadiq Herzovic sollte vielleicht mal sich darüber ein bisschen informieren, weil das kann auch gefährlich werden. Vielleicht hätten man das so machen sollen, als damals er noch Baby war, hätten die was eingefroren und dann hätte er es später immer noch sein Leben lang trinken können von seiner eigenen Mutter. Das wäre natürlich supi. Das wäre optimal. Also an alle Bodybuilder, die Kinder haben, zapft so viel ab, wie es geht, wenn euer Kind auch Bodybuilder werden soll. Das machen manche bestimmt jetzt. Und friert euch das ein, weil dann kann das Kind davon... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist halt ein tolles Nährstoffprofil, die Muttermilch. Mit Sicherheit auch, ja. Aber ich glaube, es gibt Studien, wenn Kinder jeden Tag ein Hühnerei essen, werden die intelligenter und widerstandsfähiger und immunresistenter gegen Keime für alle möglichen Sachen. Also es optimiert sich alles im Körper des Kindes. Das liegt an der hohen Enzymdichte und an der hohen Nährstoffdichte vom Eigelb. Wenn du davon profitieren kannst, dass du sowas von Tieren auch bekommst, du musst nicht unbedingt Muttermilch trinken. Nee. Also es geht ja immer noch um Nährstoffe. Ja. Und natürlich ist das Nährstoffprofil da gut, was alles Mögliche angeht, aber ich glaube nicht, dass du jetzt deswegen so viel mehr Wachstumshormon produzierst. Nein, das glaube ich auch nicht. Also das ist... Also ich weiß auch nicht, also das heute noch zu machen, jetzt heutzutage, wo man doch schon relativ aufgeklärt unterwegs ist, das finde ich schon krass. Und was man halt sagen kann, wenn man unsere Theorie und das, was du jetzt noch mit eingeworfen hast, wenn man das so ein bisschen zu Rate zieht und sagt, die zwei haben sich von den Organismen vielleicht ein bisschen aufeinander eingestellt, dann kann man sagen, es ist tatsächlich die Milch von seiner Frau. Und das ist wohl bekannt. Das hat er wohl auch gesagt. Das ist die Milch von seiner Frau. Hat der denn ein Kind oder...? Er hat, glaube ich, jetzt frisch wieder ein Kind bekommen. Dann bietet es sich ja an. Also weil die Frau laktiert ja nicht einfach so. Genau, dann gönnt er sich das. Deswegen insofern macht er jetzt wahrscheinlich einfach mal ein kleines Selbstexperiment und dann ist das völlig in Ordnung. Aber ich glaube, das ist nochmal etwas, weil ich glaube, das ist einer der Mythen, die sich immer noch hier und da halten. Man kann ja vielleicht einfach... Es gibt ja so viele kleine geheime Sachen, was kann man denn noch alles machen? Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Schlagzeile gewesen, dass tatsächlich er das als Topathlet an der Weltspitze, jetzt gerade nicht mehr, aber war er ja immer, dass er das gerade jetzt so praktiziert, finde ich schon krass. Einfach so viel dicker nehmen, dass man selber Milch gibt, dann kann man die ja von sich selber... Ja, stimmt, dann ist es wieder noch... Aber die ist ja ein bisschen dunkel, die Milch dann. Das ist ja ein bisschen dunkler. Schmeckt auch, glaube ich, ein bisschen bitter. Kann aber auch voll gut an Nährstoffen sein. Und sieht auch nicht so geil aus. Das ist ja dann schon die fette Güne. Ja, aber wenn du so einen kleinen Schnabelbecher, so eine schwarze, dicke Konsistenz hast, so eine milchige, die nuckelst du so zwischendurch, das hat auch was eigentlich. Ja. Einfach mit Battleway Post-Workout. Nice. Insofern haben wir das durch. Wo wir aber dabei sind, jetzt nochmal über so ein paar Sachen zu sprechen. Über alles mögliche, Gott und die Welt. Ich weiß nicht, ob du gesehen hattest, ich hatte jetzt auch wieder ein Reel rausgehauen und da hatte ich so ein bisschen darüber erzählt, dass ich mit Ipa Morelin und Schichtarbeit gute Erfahrungen gemacht habe. Ja. Und ich dachte, wir sprechen heute nochmal ein kleines letztes Kapitel einfach insgesamt. Ich hatte auch vorhin eine Reaction. Andrew Huberman im Podcast von Joe Rogan, wo er einfach nochmal darüber gesprochen hat, dass Peptide, weil Joe Rogan einfach gefragt hat, so ja, was ist denn mit diesen Peptiden, wirken die? Und er meinte, und wie die wirken. Und dass sie halt keine Nebenwirkungen haben. Thema Biohacking. Ja, genau, das habe ich da vorhin auch gesagt. Aber Ipa jetzt zum Beispiel nicht. Ja genau, HGH, Insulin und so haben verheerende Nebenwirkungen, wenn man so möchte. Lass uns über das Thema Biohacking sprechen. Das Peptidprofil wird in meinen Augen nochmal ganz, ganz krank aufgestockt momentan. Es gibt so viel, was du tun kannst. Und wenn du dich umguckst, hast du gefühlt momentan für jeden Zweck ein Peptid, das aufploppt. Ja. Wie sehen wir das? Deswegen, darüber hätte ich gerne mit dir nochmal so ein bisschen gesprochen. Lass uns über Peptide sprechen. Peptide als Biohacking. Die Top-Peptide, die es gerade so gibt und was man damit so machen kann. Ich hatte ja den Anfang gemacht, der Zirka hat ja eine Rhythmus, wird gestört durch Schichtarbeit, durch Wechselschichten. Du kannst den simulieren zumindest, indem du eine Tageslichtlampe fürs Aufstehen benutzt, klar. Und zum Schlafen gehen, das Ipamorelin zum HGH simulieren benutzt. Das wird nicht zu 100% funktionieren, aber es ist Schadensbegrenzung. Das ist meine Theorie. Ist auch ein schlauer Ansatz, klar. Genau. Was fällt uns noch ein? Ich habe jetzt, vielleicht weißt du darüber auch schon ein bisschen was. Du beschäftigst dich ja sehr viel mit Peptiden. Was sagst du zu Ara 290? Boah, sag mir, was ist das? Das ist ein Peptid. Habe ich schon mal gehört. Aber das ist ein Peptid? Ja. Okay, erzähl doch. Ne, ne, ich meine das ist voll dumm. Das ist ein Peptid, das wissen wir beide. Ja, also der Name ist mir wohl geläufig. Ich habe mich aber ehrlich gesagt nicht mit beschäftigt. Okay, es ist ein Erythropoetin-Derivat, wenn man so möchte. Ah, okay. Es imitiert Erythropoetin, ohne dass Erythropoese entsteht. Das heißt... Das ist so ein bisschen so wie EPO. Sollte man meinen, aber das Interessante an dem Peptid ist folgendes. Es ist ja eine Ableitung von EPO, wenn man so möchte, aber ohne, dass es mehr Erythrozyten produziert. Jetzt gibt es natürlich gerade eine Welle von Leistungssportlern, die sich darauf stürzen und sich EPO-ähnliche Effekte erhoffen. Ich finde, das bedarf einfach noch ein bisschen Tests, weil dazu gibt es überhaupt keine Evidenz. Also ich habe nichts gefunden, ich beschäftige mich ein bisschen damit. Und trotzdem finde ich, ist es ein Versuch wert. Man kann ja Messungen machen und du hast dadurch erstmal keine Nachteile, denn wo dieses Peptid scheinbar sein größtes Wirkungsprofil entfaltet, ist bei neuropathischen Schmerzen und generell bei Gelenkschutz oder bei Strukturschutz. Also scheinbar hat es extrem starke anti-inflammatorische Effekte und scheint das Immunsystem ein bisschen zu pushen. Und es geht so ein bisschen in Richtung TB500, BPC, GHKCU, eine weitere andere Ableitung, die nochmal eine kleine andere Richtung wirken kann. Und das finde ich so verdammt interessant, weil darüber gibt es tatsächlich Evidenz. Aber wenn das so in diese Richtung geht, dann ist das ja mit Sicherheit auch für die Herzgesundheit auf Dauer gut, oder? Würde ich jetzt einfach mal so vorstellen. Würde ich jetzt mal unterstellen. Und das meine ich, das macht das Ding ja so unfassbar interessant. Das heißt, du hattest ja mal darüber gesprochen, das fand ich unfassbar stark und interessant, dass du dir von TB500 auch langfristig durch die Behandlung bessere Herzgesundheit erhoffst. Wodurch wir uns ja neulich auch mal privat unterhalten hatten wegen einem meiner Patienten, wegen Herzmuskelentzündung und TB500, langfristige Unterstützung. Richtig, genau, ja. Und so weiter. Ich habe im Übrigen, ich kann es dir sagen, ich habe mal eine Auswertung bekommen von meinem Langzeit-EKG. Meine Herzleistung hat sich von anfangs 45 auf jetzt über 65 Prozent erhöht innerhalb von einem Jahr. Lebensstil oder TB? Nimmst du es durch seitdem? Kurweise. Immer sechs Wochen? Vier. On, vier off. Krass, okay. Also das sind jetzt 20 Prozent Verbesserung innerhalb von einem Jahr. Und alles über 70 Prozent ist schon eine normale Herzfrequenz. 95 erreichen die Besten so. Krass. Schauen wir. Also, mir geht es auch gut. Also, Blutdruck ist zwar immer noch leicht erhöht, so 135, aber ist jetzt nicht so, dass es mich jetzt killt. Klar, ich habe auch meine Medikamente noch zusätzlich drin, aber die reißen es jetzt auch nicht so krass raus. Wenn ich 80 Milligramm Temisatan nehme, ändert sich bei mir zum Beispiel gar kein Blutdruck. Weil Temisatan auch nur ein Medikament ist für Leute, die eigentlich einen schlechten Lebensstil haben. Für alle, die alles richtig machen, niedrigen Körperfettanteil haben, eignet sich Temisatan für die Blutdruckkontrolle eigentlich nicht. Kandesatan setzt ja minimal unterschiedlich an. Ich hatte ein, zwei Leute in Behandlung, bei denen der Arzt Kandesatan vorgeschlagen hat. Und das hat tatsächlich Wirkung gezeigt. Und die haben einen guten Lebensstil. Hat auch eine geringere Responderrate zwar. Deswegen wird Telmi halt schon favorisiert. Auch aufgrund der Sekundäreffekte. Weil die meisten Ärzte Kandesatan vorziehen. Ja, aber ich glaube, das liegt ein bisschen eher an Verträgen mit Laboren und Pharma und so. Ich hatte auch gleich gesagt, Telmi-Satan wäre mir lieber, aber er hat Marge. Schätze, das ist Marge. Kann sein. Aber Tatsache, die Verbesserung war sichtbar. Also da hat sich wirklich was getan. Bekommen auch viele. Also wenn es auf Satane geht, ist das eigentlich immer so das Erste, was man verschrieben bekommt. Du fragst halt gezielt danach. Aber Telmi-Satan benutzen wir im Leistungssport ja für andere Zwecke. Andere Sachen, genau. Ich fühle den Blutdruck hauptsächlich. Da gibt es andere, bessere Medikamente. Aber um noch auf das Peptid zurückzukommen. Also definitiv sinnvolle Geschichte, wenn es da sowas gibt und so bin ich immer offen, sowas auszuprobieren, weil das ist richtig geil. Aber jetzt haben wir da doch wieder, das ist auch, wenn wir uns dieses Kapitel aufmachen, wir reden hier von Herzproblemen, Herzgesundheit und haben dann wirklich plötzlich eine ganz andere Bandbreite an Möglichkeiten. Das heißt, wenn du jetzt gesagt hättest, wie ist der traditionelle Ansatz, wie hätte man versucht, dir zu helfen? Oder hast du das parallel gemacht, medizinisch, schulmedizinisch? Gab es da einen Ansatz? Ja, naja, ich bin ja hingegangen und habe ja schon Telmi-Satan genommen, bevor er mir das aufgeschrieben hat. Und dann haben wir ja noch zusätzlich, habe ich ja dann selber noch entschieden, dass wir mal Nebivolon noch mit reinnehmen, weil meine Herzfrequenz einfach auch ein bisschen gedrückt werden, bei mir ist halt das Ding, ich habe ja so einen scheiß hohen Stoffwechsel und durch Nebivolol ist der halt ein bisschen weiter unten zum Glück, da muss ich nicht ganz so viel essen. Sonst droppe ich ja immer sofort, wenn ich eine Mahlzeit weglasse, ein Kilo und durch eine niedrigere Herzfrequenz hast du auch ein bisschen weniger Verbrauch, das ist halt entspannt. Deswegen Nebivolon halt von mir aus noch, ich habe jetzt noch Hygroton drin, ist halt ein softes Diuretikum, funktioniert auch ganz gut, also damit ist der Blutdruck eigentlich okay. Aber dann hast du ja doch relativ viel von dem Behandlungsplan, sage ich mal, angenommen, ne? Ja, nur zu viel Thermisatan mache ich aktuell nicht mehr, weil dadurch meine Gelenkschmerzen zunehmen leider. Betrocknet es halt ein bisschen aus. Das Kalium-Natrium-Verhältnis ist mir dann doch, irgendwo brauche ich das dann schon, damit meine Gelenke funktionieren, weil ich will ja auch meinen Leistungssport nicht aufhören. Wenn ich jetzt nicht mehr trainieren gehen könnte, nur um dann vielleicht drei Blutdruckpunkte besser zu sein, nee. Ergibt auch keinen Sinn. Aber das meine ich, das finde ich ein relativ interessantes Gebiet, weil es ja von den Peptiden her mittlerweile sehr, sehr viel in jegliche Richtung gibt, zum Beispiel jetzt noch PT-One-For-One. Wenn man einfach, also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, Durchblutung und so weiter, das wurde ja auch extra für die Frauen entwickelt, aber auf der anderen Seite scheint es ja schon noch einen gezielten Trigger für die Aktivierung der sexuellen Lust zu geben. Insofern scheint es ja auch dafür etwas zu geben, was weitestgehend nebenwirkungsarm zu sein scheint. Und das heißt, es gibt jetzt plötzlich Alternativen aus jeder Ecke der Peptide, wo man eigentlich ansetzen kann. Auch dieses Ara 290, ob das jetzt noch auf die Leistung wirkt, sei mal dahingestellt. Obwohl du eigentlich bei vielen Frauen auch eine Libidostörung, finde ich, mit ein paar anderen Sachen relativ gut in den Griff kriegen kannst. Na, die Frage ist halt, Libidostörung, also ich würde sagen, was, weil es hatten ja auch Leute, als ich darüber ein Reel gemacht habe, hatten ja auch Leute gesagt, was ist denn mit euch Männern los, das geht doch mit einem Glas Wein und einem schönen Abend. Ich meine, Leute, was ist denn los mit euch allen? Manchmal, kein Scheiß. Das habe ich nicht gelesen. Doch, das haben wir drunter geschrieben. So ein geiler Männerkommentar, Alter, sowas richtig dumm ist. Das haben aber auch Frauen kommentiert. Ein Glas Wein und ein schöner Abend reicht auch. So, weißt du, deswegen, ihr müsst halt einfach, ihr versteht manchmal einfach nicht, worauf es hinausgeht. Einer hat auch drunter geschrieben, ja, nimm doch gleich irgendwas, oder schreibt doch gleich in die Caption, wie kann man eine Frau am besten betäuben oder was weiß ich. Leute, ihr seid manchmal vom Denken her so krass am Thema vorbei, weil ihr irgendwas Negatives implizieren wollt. Hier ging es wirklich um Frauen, die ähnlich wie Männer daran leiden, dass sie sexuelle Unlust haben. das kam so rüber wahrscheinlich. Also, die Leute haben das so interpretiert, als wenn der Mann einfach nur mehr ficken will und deswegen seiner Frau sowas einflößt, damit sie dann mehr Bock kriegt. Und das ist ja so völliger Quatsch, weil es ging ja darum, wenn die Frau halt wirklich sagt, ich hätte gerne mehr Sexualtrieb. Und dann hat sich halt so eine kleine Doktor-Sommer-Fraktion in den Kommentaren entwickelt, die Frauen sagen, ach Männer, wenn das nicht klappt, dann habt ihr vielleicht was anderes falsch gemacht. Kommt die nächste und sagt, naja, wir haben halt auch manchmal Migräne und manchmal ist halt auch schlimm und manchmal ist es der Stress. Und Leute, das ist, es geht nicht um euch per se, sondern es ging hier wirklich darum, wenn eine Frau, ähnlich wie ein Mann, es nicht schafft, sexuelle Lust zu entwickeln, dann ist das ein Problem. Ja. Und dann ist das ein Problem, das auch valide ist und das existiert auch und ihr könnt nicht mal mit eurem Glas weinen. Meine Fresse. Das liegt aber nicht an den fetten, weißen, unrasierten Männern, die zu Hause sind. An den Cis-Männern vielleicht aber. Naja, an denen glaube ich gerade nicht. Ich glaube, es liegt eher an den Männern, die sich gehen lassen. Okay, also nicht an den weißen Cis-Männern. Naja, Sexualität kommt ja von beiden Seiten. Ja, stimmt schon. Aber weißt du, das Ding ist halt, der weiße Cis-Mann, der kann seine Frau wahrscheinlich auf Touren bringen, aber manchmal ist es halt wirklich so, dass da... Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass du ein bisschen chinesisch angehaucht bist, hat mal einer geschrieben. Ja. Wundert dich das mal. Peruaner eigentlich. Ich bin Peruaner, ja. Aber wenn man halt so ein bisschen Bauer ist, dann ist es so, dass alles, was jetzt leicht kleinere Augen hat, gleich ein Chinese ist. Wenn man noch nie irgendwelche... Wir Mitteleuropäer sind alle, die ein bisschen andere Augen haben, Chinesen. Wenn man noch nie einen Menschen gesehen hat, außer einem Deutschen. Koreaner. Dann ist es so, was ist das ein Chinesen? Ich weiß es nicht. Ich meine, die meisten Chinesen sind definitiv dunkel. Das ist ja auch bekannt. Ja. Philippine könnte ich noch verstehen. Ja. Das geht so ein bisschen mehr in die Richtung. Peruaner haben ja so ein bisschen Mandelaugen. Aber ja, um das abzuschließen, der Bedarf an solchen Sachen ist halt eindeutig da. Und ich sehe auch in genau solchen Peptiden, auch in so einer Problematik, auch wenn sie dann polarisiert, sehe ich immer wieder Potenzial für Biohacking, da noch was zu schaffen, weil dadurch bieten wir den Leuten in unserem Coaching auch großen Mehrwert. Hast du persönlich Erfahrungen im Coaching mit PT One for One gemacht? Ja. Ja, ja. Ich habe viele Athleten, die das auch schon mal ausprobiert haben. Auch teilweise schon mal auf eigene Faust. Aber witzigerweise Männer. Das ist schon auch so ein Männer. Ja, ja, ja. Bei mir auch. Ja, ja. Aber ich kenne halt auch Männer, die das dann ihren Frauen halt mal so empfohlen haben. Heimlich gegeben haben. Nicht heimlich. Wo es wirklich da... Aber es ist halt dann oftmals dann doch so, dass man dann immer auch zu hören bekommt, ja, aber meine Frau hat keinen Bock irgendwas zu spritzen. Das ist halt immer so, diese Barriere ist so groß. Das gibt es aber auch als Nasenspray. Ja, ja. So wie MT2, ne? Man kann sich das sogar selber mischen. Das ist ja kein Problem dann, ne? Du kannst es dir auch selber mit einer Spritze in die Nase. Und das hat der Tony Hulsch auch gemacht. Das ist halt ein bisschen... Also du spritzt es dir nicht in die Nase, sondern du machst deine Nasen noch auf und spritzt und die Flüssigkeit und dann ziehst du selbst. Und auf der anderen Seite kommt der Schnuller raus. Genau. Bei einer kleinen Tochter, die Schnupfen hat. Oder du kaufst dir halt ein Nasenspray. Du kannst es dir auch injizieren, das geht auch. Im Endeffekt ist tatsächlich das Ganze witzigerweise... Aber wen wundert es eigentlich? Ist es natürlich von Jungs ein bisschen mehr favorisiert, aber es hat auch in meiner Erfahrung so manche Beziehungen wieder in Schwung gebracht, weil natürlich dann ist es so, dass man die Frau dann doch mal dazu überredet. Und dann habe ich schon tolle Berichte bekommen, dass die wirklich sagen, ey, das hat uns gerade so wieder auf ein anderes Level gebracht. Und deswegen, wenn ich schon sowas höre wie ein Glas Wein, muss es denn gleich sowas sein? Leute, ihr wisst schon, das Wein auch, also das Wein ist schädlicher als PT-One-For-One. Das ist auch so vorgestellt, wie dann so ein absoluter Horst, der sogar keine Ahnung von Romantik hat, zu seiner Frau das so bringt und die liegt so in der Badewanne. Weißt du, und der bringt dir das so und sagt, hier Schatz und so. Und denkt so, dass das funktioniert dann. Aber lieber Alkohol als Peptide. Das ist völlig sehr sinnbildlich für das, was hier unser Problem ist. Die erlaubten Drogen. Ja, bei der Trend-Challenge bei unserem Reaver-Instagram haben sie drunter geschrieben, ja, oder Koks-Challenge. Da ist eine Diskussion, die haben 35 Kommentare darunter, weil die sich gestritten haben, ob Koks oder Trenn jetzt schlimmer ist. Wirklich. Das ist kein Scherz. Habe ich nicht gesehen. Ich habe auch nicht alles gelesen, aber ich kriege jeden Tag immer noch einen Kommentar, wo einer sagt, ja, du hast, du musst ja besser wissen, ja, besser wissen, ja, besser wissen, ja, besser wissen, ja, Dr. Oberschlau. Und so. Also wirklich richtig angeheizt gegenseitig. Das ist halt, ja, das sind die ganzen Sachen, die kommen in die Gesellschaft rein und crashen die halt hart. Also wie brauchst der Frau nicht spritzen, einfach eine Nase Koks. Eine Nase Koks reicht auch. Das macht aber das. Ist für den Geschlechtsverkehr auch ein krasser Booster, ne, Koks? Ist auch heftig. Kannst du auch aufs Arschloch schmieren, habe ich gehört. Und auf den Penis. Ja. Und auf die Vagina. Ja. Das geht alles. Schon ausprobiert? Äh, nein. Na gut. Rest of Cam. Oder doch? Wir schweifen etwas ab. Ja. Insofern, ja, ich dachte, das Peptide-Thema ist so zum Ende für uns nochmal ganz interessant, weil die Leute jetzt anfragen, und das ist interessant für deine Meinung jetzt, wo kriege ich das her? Kann ich nicht mit meinem Arzt sprechen? Also jetzt fangen an, random Menschen sich für Peptide zu interessieren. Ja. So ist natürlich auch das Ding mit der Schichtarbeit entstanden. Ich empfehle ja jetzt nicht random irgendeinem Menschen, der nie was mit Steroiden zu tun hatte, geschweige denn, das geäußert hat, einfach irgendwelche Peptide. Aber für mich existieren diese Grenzen halt nicht, wo irgendeiner sagt, ab da ist das Böse. Für mich ist nur, was hilft und keine Nebenwirkungen und das ist gut. Und dann sage ich, hör zu, wenn du keine Angst hast, dich zu spritzen, hätte ich vielleicht gerade, weil du so gerädert und geschlaucht bist und wir alles andere probiert haben, hätte ich vielleicht eine Lösung. Und wir können das mal ausprobieren. Und jetzt war das nach dem Reel so, dass mich unfassbar viele Menschen angeschrieben haben und gesagt haben, wo bekomme ich das? Weil für die hat sich das so angehört, als wäre das ein Supplement. Ja. Obwohl ich gesagt habe, es ist Doping, wenn man so möchte. Ja, das Problem ist, dass du halt natürlich auch diese extrem große Reichweite hast und da auch viele von sind, die gar keinen Plan haben, weil also nicht in der Bubble sind. Aber ich finde das trotzdem in Ordnung. Man muss sich dann ja fragen, redet man so offen darüber. Ja, aber es hat schon auch nervig, wenn du in den DMs immer gefragt wirst, wo kann ich mir das bestellen, weil du machst dich ja auch strafbar, wenn du dann irgendwie sagst, hol dir das mal in einem Peptid-Shop online oder so, weil ich meine, diese Shops sind halt immer nicht legal. Ja, einer fragt auch, sollte ich da nicht am besten mit meinem Arzt drüber sprechen? Sag ich, dein Arzt hat nie davon gehört. Der wird nicht mehr wissen, was es ist. Nee, der weiß das nicht. Das ist genau das. Und das ist das Feld, in das wir uns hier langsam, aber sicher bewegen. Ich meine, du wirst es im Coaching auch merken. Also mein Kardiologe hat sich das nochmal durchgelesen, was das jetzt ist. Nichts gegen den, das ist ein ganz toller Arzt, aber die wissen es nicht, weil sie nicht damit arbeiten. Ja, okay, deswegen, ihr müsst euch halt eine Sache bewusst machen. Wir begeben uns immer wieder oder immer mehr, das merke ich vor allem in meiner täglichen Arbeit, wir bewegen uns ganz weit weg von dem, was irgendwie von einem Arzt abgesegnet ist oder Schulmedizin ist und du kannst trotzdem wunderbar Probleme lösen. Du kannst mit TB500 oder mit BPC Probleme lösen oder mit GHKCU, die sonst keiner lösen kann. Und plötzlich kannst du helfen. Und ich sehe auch in dem ARA290 potenziell, sehe ich auf jeden Fall Möglichkeiten, dass man damit was schaffen kann. In dem PT1for1 sehe ich Möglichkeiten, in Ipamorelin sehe ich viele Möglichkeiten für Lebensqualität, für Quality Aging. Beispiel Tesamorelin. Gibt es ja in Deutschland sehr schlecht verfügbar aktuell noch, wird aber kommen. Das habe ich bei fast keinem Shop auch gesehen. Gibt es auch kaum. Also in den USA mehr. Kommt auch aus den USA. Ich wollte auch sagen, da habe ich das Gefühl, da ist das immer mehr auch in den Stacks vertreten. Tesamorelin liest du da immer mehr. Ist halt auch geil. Ist ja ursprünglich die Idee mal gewesen, gegen Krebs vorzugehen, weil du praktisch dem Krebs die Energie wegnimmst mit dem Peptid und sagst, das ganze Fett wird jetzt verbrannt. Der Körper hat keinen Energieüberschuss mehr und du kannst es auch zur Diabetesprävention einsetzen, weil deine Insulinsentabilität scheiße gut wird dadurch. Das soll bei ARA 290 übrigens auch sein. Der Hb1c soll sich verbessern. So, guck mal. Das heißt, du betreibst ja auch noch Anti-Aging auf der Verschleißgeschichte, weil je niedriger dein Langzeitblutzucker ist, desto weniger verschleißt du im Körper. Richtig. Und je weniger schnell du Diabetes bekommst, am besten natürlich gar nicht in deinem Leben, aber ich meine, da haben wir ja schon viele heutzutage. Es sind hier unfassbar viele Diabetiker leider ernährungsbedingt. Dadurch ist ja dieser Metformin-Hype in den USA teilweise auch so ein bisschen und das sind dann die Sachen, die das ablösen. Genau. Tesamorelin, wo man dann sagt, was Neues, was Besseres. Wo du wirklich auch viszerales, schlechtes Fett auf Dauer verlieren kannst und du verbesserst deinen Look, du verbesserst deine Gesundheit, deinen Stoffwechsel und das sind halt viele Dinge, die da ultra vorteilhaft sind und das kommt, wie gesagt, aus der Forschung gegen Krebs und das wird immer noch nicht so eingesetzt, weil es halt immer noch Research ist, aber es geht in diese Richtung und das ist cool, weil in 30 Jahren sitzen wir vielleicht hier auch noch und dann ist das aber schon richtig mit Rezepten in der Apotheke und verifiziert als Medikament und sowas. Aber nicht in Deutschland. Weißt du nicht. Also ja, in Deutschland dauert es immer noch ein bisschen länger, vielleicht dauert es auch noch 100 Jahre, vielleicht gibt es bis dahin noch gar nichts mehr, da wissen wir ja nicht, was noch passiert. Schauen wir mal. Aber das sind die Möglichkeiten, das ist dieses unendliche Level an Möglichkeiten, das sich uns gerade so erschließt und ich muss nochmal sagen, rein von dem Alltag in Bezug auf Coaching ist das krass, was sich da für Welten eröffnen momentan und ich persönlich, das ist meine Meinung, finde, man sollte das den Leuten auch näher bringen, weil ich finde das Nebenwirkungsprofil so niedrig, das ist nicht wie mit Steroiden. Du kannst ja auch nicht so viel falsch machen, eine subkutane Spritze mit einer Lösung, die du selber im Kühlschrank lagerst, wo du das einfach einmal aufziehst und was willst du denn da falsch machen? Also das ist wie eine Tablette schlucken. Deine Hormonachse wird auch nicht zerstört, also zumindest nicht deine HPTA. Bei einigen nicht. Genau. Es gibt ja auch Auswirkungen auf Prolaktin bei einigen. Das ist bei MK, da hast du Prolaktinauswirkungen, das stimmt, deswegen ist es ja leicht suppressiv, wenn man so möchte, aber gut, ich würde mal sagen, diese Nebenwirkungsstarken wie MK677, GHRP6 geht, aber HGH, Insulin, diese ganzen, die wirklich Klopper sind, die würde ich da rauslassen, weil das, klar, man kann Insulin auf irgendeine Art und Weise sicherlich auch Quality Aging technisch einsetzen, aber das Nebenwirkungsstarken, das kannst du jetzt nicht einem Autonomalverbraucher empfehlen. Nebenwirkungsstarken dessen ist aber auf jeden Fall, dass man sich dann jemanden holt, der Ahnung von der Materie hat, weil wenn du in einen Peptidshop gehst und sagst, naja, Ipa Molin ist ja geil und dann werden dir noch fünf andere Produkte vorgeschlagen und du liest dann immer diese Effekte, da stehen ja nur positive Sachen drin, steht drin, ja, verbesserte dies, verbesserte das und so und dann hast du am Ende da 20 Stück und vielleicht eins davon ist dann doch scheiße und dann kriegst du auf einmal, dann gibst du wirklich Milch. Nur weil du dir einen scheiß GHRP6 gekauft hast und ich weiß, was du machst. Das würde ich auch sagen. Es ist ein Research Chemical Gebiet, es ist ein Gebiet, in dem muss man sich einfach schlau gemacht haben, muss verstehen, wie der Körper funktioniert. Und was heißt auch immer Nebenwirkungsarm, weil wenn du deinen GH so krass triggerst über so viele verschiedene Peptide, Schilddrüse, muss man auch irgendwann gucken, ob die halt dann immer noch so gut läuft. Aber das ist für mich, was du gerade beschreibst, ist ja für mich was anderes, als wenn ich empfehle, du kannst mal ein bisschen Ipomeridin vom Schlafen nehmen. Ist richtig, vollkommen klar. Wenn ich jetzt sechs verschiedene Peptide nehme, um meinen GH zu triggern, ist das natürlich muskelaufbautechnisch, erstmal scheint das wie die Bombe überhaupt zu sein, aber dann musst du natürlich mit Nebenwirkungen. Das ergibt für mich auch Sinn, als andere wäre ja zu schön. Ja, nur weil das wird ja passieren, weil du weißt ja wie es ist, wenn wir die Sachen loben, dann sagen die Leute, geil, hole ich mir. Und der Weg, wenn man einmal mit etwas angefangen hat zu mehr, ist halt kürzer, als der Weg überhaupt anzufangen. Da hast du recht. Da hast du recht. Das ist quasi die Einstiegsdroge. Wir liefern immer Einstiegsdrogen und dann muss der Zuschauer natürlich selbst entscheiden, was er macht. Das ist aber vielleicht auch nochmal interessant zu sagen, wir sprechen gerade über Peptide, haben wir jetzt gerade nicht im Thema Muskelaufbau gesprochen, sondern eigentlich nur für Lebensqualität und eigentlich sogar gesundheitlich therapeutisch. Ich finde das einfach Wahnsinn, was für eine Welt da gerade existiert. Ich habe auch mit den Ärzten eine Rücksprache gehalten aus dem THT-Coaching. Du siehst da kein Land, dass da irgendwo eine Möglichkeit besteht, das über Rezept zu bekommen. Das kannst du die nächsten Jahrzehnte vergessen. Und deswegen ist man halt wirklich darauf angewiesen, dass man jemanden hat, weil oftmals muss man sagen, die Leute, die zu uns kommen, die kriegen das, was sie eigentlich von einem Arzt erwarten. Nämlich, dass sie hingehen, ein Problem haben und sie kriegen einen Lösungsansatz. Anstatt hier ein Rezept, verpiss dich. Oder hier eine Krankschreibung, geh weg, ich will ihn nicht mehr sehen. Und da liegt irgendwo auch unsere Verantwortung. Und deswegen fand ich das Thema tatsächlich nochmal wichtig. Schreibt gerne die Kommentare, welche Erfahrung ihr mit Peptiden gemacht habt. Und dann würde ich das Thema hier auch schließen. Ich glaube, darüber können wir nochmal einen kompletten Podcast machen über Biohacking in dem Bereich. Kommen wir zu den unangenehmen Fragen. Zum Ende unseres Podcasts. Ja. Hast du eine? Ja. Oh. Jetzt hast du eine. Ey, aber nicht irgendwie, willst du in die Scheiße treten oder sterben oder so? Da habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, da würdest du doch lieber in die Scheiße treten, oder? Wahrscheinlich. Sterben, das finde ich schon ein bisschen krass im Vergleich zu den Scheißen zu treten. Ich meine, das ist beides ärgerlich, aber... Okay, sagen wir, deine Fragen sind sicherlich ein bisschen kniffliger. Nein, das ist eine Frage an dich als Coach. Ach Gott. Ja, okay, erzähl. Als Wettkampfvorbereiter. Okay, erzähl. Okay, wie gehst du oder wie würdest du damit umgehen, wenn du jetzt, ich nehme mal direkt ein Beispiel aus dem aktuellen, jetzt Matze zum Beispiel. Wie wäre das, sagen wir mal, du machst jetzt dieses Jahr noch einen Mensch-Physik-Profi? Ja. Und beide suchen sich die gleichen Wettkämpfe raus und du fährst mit beiden auf den Wettkampf. Wie würdest du das handeln oder könntest du das handeln, beide trotzdem optimal vorzubereiten, ohne dass sich einer benachteiligt fühlt? Sehr, sehr gute Frage. Ich finde, das ist eine super Frage. Also im Vergleich zu dem, was ich sonst nicht gefragt habe. Ja, ja, im Vergleich zu dem, was du sonst bringst, das ist dein absolutes Hoch. Dann fragt man auch nicht schlecht. Die waren voll richtig. Richtig, so dir lieber die Nase abschneiden? Die waren richtig scheiße. Okay. Ich versuche es, Festato zu vermeiden. Also wir hatten jetzt zum Beispiel... Pro-Cards zu kriegen, oder? Genau. Das merkt man auch. Ich hatte einmal zwei Athleten, also zwei Manns-Physik-Athleten, die beide sehr gut waren, wo ich auch beide wusste, die haben eine Chance auf die Eins. Ah ja, ihr wart ja noch beim Master's da. Ja, ja, klar. Genau, bei der... Und das war bei der Berliner Meisterschaft. Wie hieß die nochmal? East German Classic. Stimmt, ja. Da habe ich die ein einziges Mal beide zusammen antreten lassen. Warum? Weil es nichts bedeutet. Weil es nichts bedeutet. Was ist passiert? Beide haben alle Klassen, in denen sie teilgenommen haben, gewonnen. An dem Tag haben wir, keine Ahnung, sechs Mal Gold mitgenommen oder so. Und das war halt so, die zwei waren immer, wenn sie zusammen in der Klasse waren, haben Matze gewonnen. Aber wenn jeder Einzel für sich war, hat jeder Einzel für sich seine Klasse gewonnen. So. Und in dem Moment wusste ich, genau diese Frage stellt sich für Pro-Qualifier. Stelle ich die zwei jetzt zusammen in Budapest auf die Bühne? Aber die wären ja unterschiedliche Divisions gewesen von der Größe. Ja, aber was ist dann in der Dings... Im Overall. Genau, im Overall. Das ist klar. Es geht ja um die Pro-Card. Sagen wir, es geht um die Pro-Card. Und deswegen, das ist meine Antwort. Bei Regionals ist es egal. Bei Pro-Shows und Pro-Cards würde ich es trennen. Genau. Perfekt geantwortet. Weil genau so sehe ich das auch. Ich habe das auch schon häufiger mal gehabt, dass ich bei einer Newcomer-Meisterschaft einfach drei, vier, fünf Athleten in einer Klasse hatte. Das ist so. Ist in Ordnung. Aber ganz ehrlich, das sage ich den Jungs auch vorher. Und dann gewinnt er trotzdem der Beste. Aber ich bereite ja keinen schlechter deswegen vor. Nee, gar nicht. Top aus und dann fehlt halt wieder die Genetik und da bist du das Einzelne natürlich. Aber genauso sehe ich das auch, wenn man jetzt auf eine Pro-Qualifier-Show fährt, wo man wirklich eine Lizenz bekommen kann, würde ich, wenn ich zwei Jungs hätte, bei denen ich mir nicht sicher bin, wer von beiden gewinnt oder die beide gut sind, würde ich immer so sagen, du fährst zu dem Wettkampf und du zu dem. Nämlich geht es zu beiden mit. Aber wir machen für dich die Show auch aus taktischen Gründen, weil vielleicht sehen die auch unterschiedlich aus. Vielleicht ist der eine ein Ticken härter, wirkt aber dadurch vielleicht ein bisschen zu schmal. Der kann vielleicht in Spanien super ankommen, die auch sehr harte, schöne Athleten haben. Wenn der andere nach Polen fahren will, dann muss der vielleicht eher voller sein, weil die ganzen aus dem Ostblock halt ein bisschen mehr Druck in der Muskulatur haben. Dann kann da vielleicht einer hergehen, der ein bisschen mehr Masse bringt, sage ich mal einfach. Also so würde ich das planen. Aber auf einer Regional beide nebeneinander zu stellen, ist doch scheißegal. Weil da geht es ja auch um nichts. Das ist ja nur eine Quali. Genau. So habe ich es im Endeffekt auch gemacht. Also das heißt, ich habe dann gesagt, okay in Budapest. Aber es kann mir natürlich passieren, dass Luke und Flo auch irgendwann mal zusammen auf einer Pro-Show stehen. Und das ist ja nun mal leider Classic bei den Profis, eine Division. Da kann ich dann nichts machen. Da muss man dann auch sagen, okay ihr nehmt unterschiedliche Wettkämpfe. Ich wollte gerade sagen, die unterschiedlichen Wettkämpfe müssten halt. Also ich glaube persönlich, selbst wenn alle cool miteinander sind, das liegt ja ganz stark an den Athleten. Und ich glaube, dass selbst wenn beide sagen, dass sie cool miteinander sind, kann das halt irgendwas verändern. Luke und Flo sind ja schon länger befreundet, als ich beide überhaupt coache. Okay, cool. Also das ist ja das Ding. Ja, also deswegen ist immer sehr stark auch von den Athleten abhängig. Ich zum Beispiel habe dann davon abgesehen, beide in Budapest auf die Bühne zu stellen, habe gleich gesagt, Matze macht Budapest, Chris macht dann Mailand. Und das war im Nachhinein auch eine sehr gute Entscheidung. Und so würde ich es weitermachen. Bedeutet einen Wettkampf mehr, aber was soll's. Und du hast auch was Richtiges gesagt. Also es ist ja sehr schwer, je nachdem, es ist voll abhängig von dem Athleten. Je nachdem, wie da drauf ist, kann das trotzdem sein, dass der dann, selbst wenn ihr auf unterschiedlichen Wettkämpfen seid, kann das sein, dass er das Gefühl hat, du hast es um den anderen mehr gekümmert. Und wenn ihr dann auf dem gleichen Seite... Das ist immer eine Frage, wie du es ausstrahlt. Wer das ganz toll macht, ist Masha zum Beispiel. Masha, wenn du mal auf einer DBFV-Show warst, wo Masha ist, die hat ja immer so 15 bis 20 Bikini-Mädels dabei, zwischen 19 und 22. Also alles junge Mädels, die sehen alle immer top aus. Da wird von Föhnfrisur bis alles von Masha, und die sitzt dann immer auf dem Stuhl und sagt immer, vorm Check, nächste, vorm Check, nächste. Und dann guckt die sich so 20 Mädels an, sagt, passt alles. Und die stehen auch alle zusammen auf der Bühne. Und da ist aber jeder cool. Das ist eine große Familie, die sammeln ihre Erfahrungen und da läuft das. Das funktioniert aber nur, weil Masha diese Dominanz ausstrahlt. Und auch dieses, die ist halt die Mutter von allen. Das merkst du, die sitzt da und hat die Kontrolle über alles. Ja, und das muss auch, irgendwann geht es nicht mehr anders. Wenn du der Typ dafür bist, geht das. Aber da musst du wirklich auch Eier haben. Aber es geht auch irgendwann nicht mehr anders. Wenn du so viele Athletinnen hast, wie willst du dir alle auf verschiedene Wettkämpfe bringen? Ja. Irgendwann müssen sich dann alle bewusst sein, wenn ich in dieses Team gehe, dann bin ich halt auch mal oft und mit eigenen Teammitgliedern auf der Bühne. Und eigentlich... Auf der anderen Seite ist es aber auch schön manchmal. Ja, es ist entweder schön oder dir gefällt es nicht und du gehst zu jemand anderem. Ganz einfach. Ich finde auch, das ist ein Luxus zu sagen, dass dein Coach, wenn er jetzt das so handeln kann, dass er sagt, du gehst auf den Wettkampf und du auf den und du kriegst die gleiche Aufmerksamkeit. Aber das wird nicht immer funktionieren. Damit muss man halt als Athlet auch rechnen. Und ich finde, das ist auch das Normalste der Welt. Ich meine, wir sind halt sehr hart darauf bedacht, dass unsere Athleten so immer hier, da, alles schön für dich und so. Die wissen manchmal gar nicht, wie gut sie es haben. Wenn du woanders hingehst, ist das vielleicht ganz anders. Aber vielleicht ist das auch kein Problem für den einen oder anderen. Und deswegen individuell. Für die USA war es ja anscheinend kein Problem bei Kinzel. Der hat ja, obwohl er offensichtlich zumindest medial weniger Aufmerksamkeit bekommt als Urs mit Stefan zusammen, das perfekte Paket genailt und da lag es dann an ihm wieder. Was wieder mal beweist, das ist gar nicht der entscheidende Faktor, wenn du dir den Arsch aufreißt. Richtig. Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, was das angeht. So sieht es aus. Hast du auch eine unangenehme Frage? Die ist nicht so unangenehm, aber ich hause dir mal um die Ohren. Du und Tamara, ihr macht jetzt eure Saison. Ja. Es geht alles nicht so, wie du es dir dachtest. Ja. Wie würdest du es finden, wenn Tamara sich dann einen anderen Coach nimmt und mit dem besser klarkommt? Hat sie schon gesagt, macht sie nicht. Aber in einem Szenario, wo sie es machen würde. Genau. Ist das für dich so ein Ding, das nicht klar geht? Wo du sagst, ich sehe meine Reputation vielleicht sogar ein bisschen, hey, wenn die von mir weggeht. Sie findet, das ist ein No-Go, das weiß ich. Krass. Weil sie sagt, ich mache doch nicht unserem Unternehmen Konkurrenz, es gibt eh keinen besseren als Dicht. Also so hat sie mir das gesagt. Also das ist ein super Kompliment für mich. Auf jeden Fall, wunderbar. Aber Tamara und ich sind sowieso, also wir sind eine Einheit. Kann das auch mal so sagen, ich erlebe die zwei ja auch öfter mal so. Nicht vor der Kamera, sondern wenn wir mal zusammen unterwegs sind. Ich muss auch sagen, ich finde es recht bewundernswert, was ihr euch da zusammen aufgebaut habt. So ein Ding, das auch sehr freundschaftlich, oberflächlich, aber dann wieder sehr innig funktionieren kann. Und das ist, wie es eigentlich sein soll. Das ist alles, was es braucht. Genau was es in dem Moment braucht, ist es dann bei euch. Mein Ton gibt halt unseren Mut vor. Also wenn ich, sie weiß genau, wie ich mit dir rede, ist der Modus gerade. Arbeit oder privat. Und privat bin ich der netteste Mann überhaupt. Ich bringe ja aus der Reihe Blumen mit und so weiter. Also wirklich ganz, ganz, versucht sie da wirklich, behandle sie wie eine Prinzessin. Aber wenn Arbeit ist, dann sage ich auch nicht, bitte oder danke, dann sage ich, ich brauche das, 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 das. Aber kein Stress reicht in 10 Minuten. So, weißt du, wie ich meine? Also das ist so, aber das funktioniert bei uns und das ist extrem gut. Aber würde es für dich funktionieren, wenn das so wäre? Weil du hast jetzt was gesagt. Ja, eine Sache wäre sehr schwierig für mich. PD. Weil ich, wenn, also wenn sie jetzt, sagen wir mal, sie geht jetzt zu einem renommierten Coach, alles super, der macht eine tolle Form und dann schreibt er dir ja irgendwelche PDs auf, wo ich weiß, also ich dürfte es glaube ich nicht wissen, was die beiden dann machen. Okay, krass. Ich würde es mir gar nicht, ich würde es mir nur optisch angucken, aber ich dürfte es nicht wissen. Also so recht wäre es dir auch nicht, wenn man das so sagen kann. Ich sehe ja, was sie ist und ich sehe ja auch, wenn sie trainieren geht, weil sie trainiert ja auch oft im Homegym bei uns, da sehe ich ja, was sie macht. Das würde mich jetzt gar nicht so krass stören, weil da kannst du auch nicht so viel falsch machen. Aber um dich drauf festzunageln, ich würde sagen, wenn du jetzt sagen würdest, gefällt dir oder gefällt dir nicht, ist es eher gefällt dir nicht, ne? Würde mir nicht so gut gefallen, ne. Bin ich ehrlich. Kann ich aber irgendwo nachvollziehen. Vor allem wegen dem PID-Thema. Ja, das ist es halt, weil ich weiß, dass ganz viele, die auch wirklich noch gut sind, da echt noch hinter dem Mond leben. Und wenn da jetzt irgend so ein Coach kommen würde und schreibt dir dann irgendwie so ein paar Tabletten auf, so. Aber gut, das ist doch dann doch ganz aufschlussreich gewesen. Freut mich. Ich glaube, weil wir jetzt keinen Timer hatten, ist diese Folge wahrscheinlich unfassbar lang. Deswegen machen wir jetzt Feierabend. Insofern bedenkt bitte noch, wenn ihr diesen Content geil findet und uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf bigzone.de machen mit Code Jan10 oder Code Mike10. Das gleiche könnt ihr auch für Trainingsequipment bei Level tun. Code Jan10 oder Mike10. Wo könnt ihr das noch? Bei Planet Foodstore für das beste Fleisch. Und ich habe jetzt neulich mir da mal Tortellini bestellt. Die sind geil, ne? Die sind geil. Die sind übergeil. Also es gibt nicht nur Fleisch bei Planet, es gibt da echt gutes Essen. Hast du die mit der Trüffelfüllung bestellt? Ja, Mann. Laura wollte die unbedingt, dann haben wir die probiert. Ey, die schmecken ja göttlich. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Und was ich in letzter Zeit drauf hängen geblieben bin, sind diese Hähnchensticks, die schon fortmariniert sind mit nur 2% Fett. Sind die gut? Ja, mega. Probier ich mal. Also richtig zart und saftig und so. Und die sind halt schon vormariniert. Da muss man nicht so viel machen. 200 Gramm, so Innenfilets nur. Das Gute ist bei mir, ich entscheide mich manchmal spontan, was ich abends esse. Und das taut halt viel schneller auf, als die XL-Hähnchenbrust. Weil die ist ja in der Mitte immer noch gefroren, wenn du die nicht rechtzeitig rauslegst. Das ist ja so. Und bei denen, die sind halt als Innenfilets, deswegen geht das schneller zum Auftauen. Und die Marinade ist mega lecker, so 200 Gramm. Check das ab. Kosten 5er. Wenn du dann halt einen Code eingibst, halt nur noch 4 irgendwas. Also dementsprechend ganz cool. Oder beim Cookie-Dealer. Da erwarte ich jetzt gerade mein Pack. Müsste heute zugestellt werden. Da habe ich mir wieder 6 Masse-Cookies, nein, nicht nur Masse-Cookies, aber auch einen Masse-Cookie mitbestellt. Geil. Und da ist mein Favorit aktuell, der Fit Blanche. Der ist gut. Ja. Der ist sehr, sehr gut. Kennst du den Toffinator? Ja. Der ist auch gut. Der Toffinator ist auch gut, obwohl mir diese Haselnüssebrocken manchmal ein bisschen zu trocken sind. Ja, da wollte man so ein bisschen ins Toffifee rein. Und deswegen muss eine Haselnuss mit dazu. Früher, als ich klein war, dachte ich, ein Toffifee ist so groß, als ich die noch nie gegessen hatte. Weil die in der Werbung immer so groß aussahen. Dann habe ich mir die erste Packung gekauft. Jetzt haben wir den Leuten auf jeden Fall Hunger gemacht. Also gerne einkaufen und wenn ihr den ganzen fettigen Scheiß fresst, einfach auch mal ein paar Health Subs bei Bigzone mit in den Warenkorb packen. Ein bisschen Citrus und Heart Plus. Dann wird das schade. Schadet nicht. Und die Enzyme. Die Blutfettwerte nicht eskalieren, wenn man jeden Tag so ein Cookie isst. Insofern vielen lieben Dank für euren Support bei diesem Podcast. Eure Meinung zu allen Themen wie immer natürlich in die Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Ciao. Outro Outro Outro